Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nr. 381. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Marvin. Hi, hi, hallo. Der Dennis. Ja, servus, hallo. Und die anderen leider nicht. Frau Alex muss arbeiten und der Herr Basti sitzt gerade irgendwo auf einer Bühne und nimmt dort live verurteilt auf. Oh ja. Das ist natürlich auch alles ganz, ganz wichtig. Und ja, deswegen reden wir hier heute nur zu dritt über aktuelle Geschehnisse. Und wir haben uns gerade im Vorgespräch darauf geeinigt, wir werden jetzt die beiden Spiele, die noch zu besprechen sind, nämlich Düsseldorf und Leipzig, so ein bisschen zusammenfassen. Und fangen wir vielleicht mal mit dem ganz Offensichtlichen an. Wir sind eine Runde im Pokal weiter, was glaube ich etwas, als wir diese Auslosung gesehen haben, wir schon alle so ein Stück weit für möglich gehalten haben. Und nach dem Ligaspiel gegen Leipzig vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr, aber so eine ganz klare Geschichte war das nicht. Aber ich fand einfach einstellungstechnisch, wie wir da gestern in dieses Spiel gegangen sind, mal von den ersten zehn Minuten abgesehen, wo Leipzig ganz klar die einfach einen bedeutend besseren spielerischen Kader haben. Und das darf man ja nicht verschweigen, auch wenn uns das vielleicht nicht immer so gefällt, wir da schon extrem gut dagegen gehalten haben von Anfang an. Und man gemerkt hat so, okay, wenn wir wollen, wenn wir unsere Stärke wiederfinden, dann sind wir wieder die Eintracht, die wir letzte Saison auch waren. Ja, also das ist ganz, ganz interessant zu sehen, dass die Eintracht die Fähigkeiten halt immer noch hat. Und natürlich auch, die hat es ja in den ersten beiden Spielen ja auch ansatzweise gezeigt, deswegen ja auch die sechs Punkte. Und hat auch heute, beziehungsweise gestern, beziehungsweise am Dienstag gezeigt, dass die Eintracht gegen gute Gegner einfach agieren kann und gut agieren kann. Wenn die Einstellung stimmt, du hast es eben angesprochen und was für mich ganz, ganz wichtig war, denn das wird es wahrscheinlich auch gleich sagen, weil das sind es uns gemeinsam, wir haben wieder nebeneinander gestatten, aufgefallen. Die Eintracht ist von der ersten Minute an an den Gegner herangegangen, hat ihn entnervt und hat auch klar gezeigt, hier sind wir und wir haben keinen Bock, dass ihr hier einen Meter macht. So ist es Marvin, auf jeden Fall bin ich voll bei dir. Das Schöne war, die Spieler sind diesmal wirklich durchgelaufen. Es waren ja ein paar Szenen, Tourette vertändelt ein bisschen blöd den Ball, hetzt da hinterher, holt sich den Ball wieder, geiles Szenen. Ich muss dir ja wirklich sagen, da waren richtig Emotionen drin und das ist eigentlich das, was wir gebraucht haben. Und René, du hast es richtig gesagt, als die Auslosung war, waren wir ja auch gerade in diesem Formtief und lief ja eh nichts zusammen. Da haben wir, glaube ich, alle gedacht, oje, dann jetzt kriegst du auch noch so ein Los wie Leipzig. Damit ist das Pokaldräumchen wohl ausgeträumt, aber man muss wirklich sagen, es war schon geil, dass das gestern so geklappt hat. Und ihr habt es schon richtig gesagt, die Einstellung hat gestimmt, die taktische Einstellung und die Umstellung, die Hütter gemacht haben, haben auch gegriffen. Die Wechsel haben funktioniert. Hier muss man wirklich rausstellen, auch Silva hat mal wirklich ein ordentliches Spiel gemacht, der ja viel Kritik einstecken musste. Nen Dicker, der einfach auch ein schönes Spiel gemacht hat. Es ist einfach eine schöne Sache, dass du siehst, dass dieser Kader lebt und dass der Kader etwas reißen kann. Und wenn du gegen Leipzig an so einem Abend gewinnst, auch wenn man sagen muss, Nagelsmann, du arroganter Arsch, nimmst dann Leute wie Forsberg, Werner und wen auch immer noch da raus. Und ja, muss man ja schon sagen, ist schon auch irgendwo mit einer gewissen Arroganz, denke ich mal, zu erklären. Auf der anderen Seite, geil, dass wir es ausgenutzt haben, geil, dass wir Leipzig im Endeffekt rausgeworfen haben. Und das ist für mich eine absolute Genugtuung. Also vielleicht zu den Änderungen, die du gerade angesprochen hast. Die Eintracht hat dann gestern in einem 4-4-3 gespielt. Wir hatten uns ja vielleicht auch letzte Woche so ein bisschen gefragt, beziehungsweise, ihr hattet es ja diese Woche auch bei Fußball 2000 angesprochen. So nach dem Motto, was ist denn eigentlich mit Hasebe? Wann spielt der mal wieder? Wo will man ihn spielen lassen? Vielleicht im Mittelfeld. Der Herr Hütter scheint gelegentlicher Zuschauer von Fußball 2000 zu sein, weil siehe da, Hasebe wieder in der Startelf in dieser Libero-Zentral-Defensiven-Mittelfeld-Position und in Silver vorne im Sturm. Wo ich mich sowieso gefreut hätte, ihn viel früher mal zu sehen, weil ich glaube, dass er da auch, zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus, ein sehr unterschätzter Charakter ist. Weil ich glaube, dass er einfach viel mehr kann, was er, wie Dennis ja gesagt hat, gestern einfach gezeigt hat. Nicht nur in dem Erarbeiten von Chancen, sondern auch in den Bälle festmachen, in der Übersicht, in den Bälle verteilen, da eine zusätzliche Dynamik reingebracht hat. Mit der, glaube ich, auch Leipzig an der Stelle und ein Nagelsmann nicht gerechnet haben. Und das einfach so ein sehr guter Schachzug war zu dem von vor zehn Tagen in der Liga, wo wir Leipzig ja den Sieg abgenommen haben. Und jetzt einfach da nochmal so eine komplett andere Formation mit anderen Spielern reinzuwerfen, was dann doch eigentlich auch zeigt, warum wir froh sein können, einen Adi Hüther als Trainer zu haben. Ja, wobei, du bist froh, dass du Silver siehst, musst aber ganz ehrlich auch sagen, das hätte man vorher auch nicht erwartet. Ja, aber man hätte auch vorher nicht erwartet, dass Silver genau diese Leistung abruft, weil er hat das eigentlich bis in vielleicht ein, zwei Spielen bislang komplett vermissen lassen, diese Einstellung. Heute war sie zum ersten Mal, beziehungsweise am Dienstag war sie zum ersten Mal so da, dass sie einen Vorteil gebracht hat. Also natürlich kann man dann im Nachhinein, lässt man immer dann ganz gut darüber reden, weil man sieht, dass ein Spieler Leistung bringt. Aber das war von Silver halt nicht zu erwarten, dass er dann wirklich endlich mal zeigt, dass er so auf dem Platz agieren kann. Und wir reden hier nicht nur über den Elfmeter, den er gut reingemacht hat, weil er ist extrem gut in der Defensive auch gewesen, ist den Gegner die ganze Zeit angegangen. Das war ein Teil des Erfolgs, genauso wie Gacinovic erneut ein richtig gutes Spiel gemacht hat, über Kostinc der zweimal getroffen hat, brauchen wir auch nicht sprechen. Das war eine kollektive Gesamtleistung, die weit über diesem Durchschnitt ist, wo man auch sagen muss, okay, ja, natürlich. Und das ist halt das Magische bei diesem Eindruck, am Ende, wenn jeder an sein Leistungsmaximum kommt, können die halt auch Leipzig besiegen. Und du hast natürlich den einen oder anderen Vorteil, dass du den Elfmeter auch vollkommen zu Recht dann auch definitiv bekommst. Ja, und dann geht es in eine andere Richtung. Und wenn du dann weiter so giftig spielst, wie die Eintracht, Dennis hat es eben angesprochen, Touré verliert den Ball, ja, läuft hin, verliert den Ball, will den Ball sich aber wieder zurückholen und schnappt ihn dann wieder vom Gegenspiel. Das sind diese Momente, wo du sagst, okay, da bleibt die Eintracht einfach eine Klasse für sich und das ist herausragend. Aber du konntest, wenn du dir Düsseldorf anguckst, nicht damit rechnen, dass wir hier ein Feuerwerk erleben, ja. Und das ist so ein bisschen, wenn ich jetzt so dieses Komplettpaket dieser beiden Spiele, die ja sehr zeitnah beieinander liegen, Samstag Düsseldorf auswärts, Dienstag zu Hause Leipzig, sind das zwei komplett andere Gesichter dieser Mannschaft, die du da gesehen hast. Also, wenn man sich allein mal die Statistiken von dem Spiel am Samstag gegen Düsseldorf anguckt, das Einzige, wo wir in diesen Statistiken vor sind, sind bei der Anzahl der Ecken, da hatten wir nämlich eine mehr und wir sind zweimal weniger ins Abseits gelaufen. Ansonsten hat uns Düsseldorf bei allem am Ende den Schneid komplett abgekauft, dass wir am Ende diesen Punkt mitnehmen. Ganz ehrlich, wenn ich an dem Tag Chandler gewesen wäre oder generell die Mannschaft, ich hätte einen Lottoschein ausgefüllt, weil nach dem Düsseldorf die Wahrscheinlichkeit, da irgendwie 15 Millionen im Lotto zu gewinnen, die ist geringer, als am Ende da diesen einen Punkt zu holen, so wie wir uns da angestellt haben. Ja, das ist ein sehr, sehr interessanter und auch wichtiger Punkt, da muss man natürlich drüber reden. Natürlich jetzt heute können wir das alles nach dem Sieg gegen Leipzig ein bisschen auch relaxer sehen, man muss auch immer ganz klar sagen, sieben Punkte aus drei Spielen in der Rückrunde, das ist erstmal, wir hätten uns die Punkteverteilung anders gewünscht. An sich ist das aber erstmal eine gute Sache. Ich frage mich halt, ob die Eintracht bewusst damit irgendwie gespielt hat, dass sie denkt, gegen Düsseldorf reicht es auch mit, naja, sag ich mal, 70 Prozent Leistung, ich weiß es nicht. Also im Endeffekt sind das die Dinge, die ich mir nicht erklären kann oder ist Dennis, ist die Eintracht wirklich nur eine Big-Match-Mannschaft? Können die es nur gegen die großen Gegner? Oh je, also das hoffe ich mal nicht. Ich denke, das ist auf jeden Fall was, das Fortuna-Spiel, ich muss ja wirklich sagen, ein bisschen hat es glaube ich auch schon mit dem Kader der Aufstellung und allem drum und dran, was halt da so dazukommt zu tun. Ich fand, auch die taktischen Aufstellungen hat wieder, mit Kamada hat es halt wieder gar nicht funktioniert. Das waren so Dinge, da war ich jetzt auch froh, dass ein Gasinovic wieder zurück in den Kader gerückt ist. Das Patienzjahr war auch total unglücklich. Dann hattest du im Endeffekt viele Situationen, die sowieso schon schwierig waren. Dann kriegst du noch diesen blöden Freistoß da eingeschenkt. Das ist natürlich, da kam alles zusammen, was eigentlich nicht dazugehört. Dass du am Ende noch den Punkt mitnimmst, René, bin ich voll bei dir, das ist fast wie ein 6M-Lotto. Auf der anderen Seite, warum diese Leistungsgefälle, ob du dich wirklich einfach, ob es so einfach ist, dass du dich besser motivieren kannst oder ob das nicht viel komplexer ist. Und auch, wir natürlich auch jetzt, du hast es gesehen, ein Systemwechsel war notwendig, damit das einigermaßen funktioniert hat. Aber auch ein Hasebe hat lange am Anfang gebraucht, um überhaupt mal ins Spiel zu kommen. Ein paar Szenen, wo du gedacht hast, oje, oje, da hat man die Spielpraxis, die fehlende Spielpraxis gesehen. Auf der anderen Seite aber so Leute wie ein Hinteregger, der dann, Marvin, du hast es schon gesagt, direkt nebeneinander ja gestanden, wo wir gesehen haben, Hinteregger im Zweikampf direkt bei uns vor der Kurve. Ja, es ist natürlich dann richtig geil und das sind auch die Spieler, die sich natürlich von sowas mitnehmen lassen. Also natürlich auch wieder dieser Heim-Auswärts-Effekt. Es kommt, glaube ich, sehr, sehr viel dazu. Auf der anderen Seite, ja, die Eintracht ist momentan eine Mannschaft, die gegen die Großen einfach ein bisschen besser aussieht. Auf der anderen Seite, es sind natürlich auch viele Sachen schlecht dazugekommen bei diesem Düsseldorf-Spiel, wo du sagen musst, okay, am Ende mit dem 0-0 hätte, glaube ich, sowieso jeder leben können, dass du dann erst 1-0 in Rückstand gerätst. Und dann dieses Glückliche, das macht es natürlich noch so ein bisschen, ja, bringt noch ein bisschen die Würze rein, wo die anderen sagen, ach, die Eintracht hat so einen Suff. Auf der anderen Seite, auch wenn diese Statistiken alle gegen uns gesprochen haben, ich finde ein schönes 0-0, ein schönes 0-0 in Anführungszeichen, hätte dem Spiel, ja, wäre verdient gewesen. Auf der anderen Seite, ist das der Anspruch von Eintracht Frankfurt 0-0 gegen Düsseldorf? Nein. Aber nach diesem ganzen Mist, den wir da hatten, und da müssen wir wirklich sagen, auch wenn du natürlich diese Punkteausbeute dir ein bisschen anders vorgestellt hast, anders verteilt vorgestellt hast, sieben Punkte aus drei Spielen plus Weiterkommen im Pokal, ich muss sagen, geiler hätte es doch gar nicht jetzt laufen können. Aber Marvin hat gerade eben genau das angesprochen, was mich eben zu diesem Punkt bewegt, dass ich sage, dass dieses 3-1 gegen Leipzig im Pokal jetzt nicht die Leistung von Düsseldorf für mich wieder vergessen machen lässt oder so ein bisschen relativiert, weil ich genau diese Befürchtung, die du angesprochen hast, sehe, habe, die ich ja auch in der Hinrunde schon so ein Stück weit formuliert habe, dass ich das Gefühl habe, dass die Mannschaft es momentan nur dann schafft, sich wirklich zu motivieren, wenn es ein geiler Gegner ist, wenn es eine K.O.-Situation ist, wenn die Fans von Anfang an extrem geil sind, also wenn du diese ganzen Faktoren von außen hast, es aber nicht schafft an einem verregneten Samstagmittag in einem Düsseldorfer Stadion, wenn es das 18. oder 19. Ligaspiel ist. Und da kriege ich echt so ein bisschen Angst, weil die Hälfte der Mannschaften in der Liga sind halt eigentlich Mannschaften, die unter uns stehen und wenn wir uns gegen die nicht motivieren können, da mit der gleichen Galligkeit in das Spiel zu gehen, dann kriegen wir im Verlaufe der Rückrunde immense Probleme. Ich kann es verstehen, ich kann es verstehen, aber ich glaube, wir müssen hier echt überlegen, ob die Mannschaften, wir müssen hier vielleicht auch die Chance geben, noch in diese Rückrunde anders reinzufinden. Also für mich ist es Stand jetzt, guck mal, bist du voll im Soll. Du musst echt überlegen, natürlich hast du sieben Punkte anders geholt, als du es gedacht hättest. Aber andererseits ist es so, dass das Spielglück auch zurückgekehrt ist, du hast nicht verloren gegen Düsseldorf. Ihr habt es beide vollkommen richtig angesprochen, mit der Leistung holst du normalerweise keinen Punkt. In der Hinrunde hättest du diesen Punkt nicht geholt. Ich glaube, dass dadurch, dass du dir Dinge erarbeitet hast, wie gegen Hoffenheim, wie gegen Leipzig, zweimal sogar, dass dann ein bisschen was Glück auch zurückgekommen ist. Gleichzeitig ist es ja aber auch, fällt es nicht auf den Boden, der komplett, also es fällt auf Nährboden, habe ich das Gefühl, denn du kannst damit ja weiterarbeiten. Jetzt bist du ein bisschen euphorisiert, du siehst, dass du gegen Leipzig bestehen kannst, zweimal sogar. Du ärgerst die, du mauserst dich da irgendwie so ein bisschen zu einem kleinen Angstgegner vielleicht für Leipzig und du siehst, dass du immer noch im DFB-Pokal drin bist. Vielleicht, ich weiß auch nicht, wie du jetzt gegen Salzburg läufst. Und die Sache ist ja die, ich glaube, in der Liga geht dieses Jahr nach oben nicht wirklich viel. Ja, ich denke, da haben wir allein in der Hinrunde, zum Ende der Hinrunde, genügend Punkte abgegeben, dass die uns einfach fehlen werden, wenn ich mir angucke, dass wir mit 25 Punkten neun Punkte weniger haben als der Tabellensiebte. Ich glaube nicht, dass da noch was geht. Ja, zumindest nicht viel, vielleicht eins, zwei Plätze, aber... Acht Punkte, genau. Ne, genau, acht. Ja, genau, das ist es. Genau, acht. Ich habe jetzt auf Schalt geguckt, genau. Aber das ist, also ich glaube, es geht nicht mehr nach oben. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Eintracht diese Energie, die sie hat, für große Matches, jetzt auch wieder für die Europa League und für den DFB-Pokal aufbringt. Und dann beenden wir die Saison vielleicht, weil wir genau wissen, es geht nicht mehr noch viel weiter nach oben. Vielleicht auf Platz 11, 12, aber dann sind wir wieder im Halbfinale vielleicht sogar vom DFB-Pokal. Vielleicht fahren wir da sogar nach Berlin und haben vielleicht noch die ein oder andere Europacup-Runde. Dann müssen wir vielleicht auch sagen, ja, es ist nicht das Optimale, aber wir müssen sagen, es ist okay für die Saison. Ja, ich meine, guck mal, das ist ja so vielschichtig, wenn wir uns das betrachten. Natürlich bin ich auch nicht mit Düsseldorf zufrieden gewesen. Aber vielleicht, und das Gute ist, wir dürfen ja nicht vernachlässigen, dass die Eintracht selbst die Spiele gesagt haben, ihr Leute, wir brauchen nicht drüber reden, wir haben alle gemerkt, dass das gegen Düsseldorf scheiße war. Und das, finde ich, ist schon ein wichtiger Punkt. Das ist ein wichtiger Punkt, das ist auch der Punkt, der eben dafür sorgt, dass ich nicht komplett jetzt irgendwie mad mit dem ganzen Ding bin, sondern schon denke, okay, sie scheinen es verstanden zu haben, aber so komplett überzeugt bin ich einfach, wenn ich, wie gesagt, auf diese kurze Distanz gesehen diese beiden Spiele betrachte, noch nicht. Aber sie kriegen ja am Freitag dann die nächste Möglichkeit, dann hast du ja wieder einen nominell langweiligen Gegner mit Augsburg. Direkter Konkurrent, ja. Dann ist halt die Frage, wie sie eben in diese Einstellung reingehen. Wie du schon sagst, diese Aussage nach dem Düsseldorf-Spiel, dass alle, allen voran auch Kevin Trapp, gesagt hat, ey, das war einfach eine beschissene Leistung. Wir haben es verstanden. Und in Leipzig im Pokal das gezeigt haben, lässt mich ein bisschen hoffen. Ich bin halt nur noch nicht komplett 100 Prozent bei dem Thema. Ja, ich kann es verstehen und dieser Restzweifel bleibt, aber ich glaube einfach, tut mir leid, wenn ich da vielleicht zu optimistisch bin, ich glaube, wir müssen der Eintracht wirklich diese Chance einfach geben, zu zeigen, wie sie diese Rückrunde bestehen will. Denn bislang hat sich es gut gemacht, trotz immer Downphasen. Und die Downphasen werden diese Saison noch öfter kommen, weil ich glaube, dass die sich nicht adäquat verstärkt haben. Und wir haben ja schon oftmals darüber gesprochen. Für uns war es beide, für uns alle drei, die wir jetzt gerade hier sprechen, war es klar, die Eintracht muss noch in der Offensive was tun. Am besten in der rechten Mittelfeldposition oder rechtsaußen. Vielleicht sogar auch im Sturm, weil wir merken, dass Bastos inkonstant ist, allein, weil er hat immer was Neues. Sie haben es nicht gemacht. Sie haben es nicht gemacht und das bedeutet für mich, vielleicht war der Markt nicht da, also vielleicht war es zu teuer, aber sie haben sich auf jeden Fall bewusst dagegen entschieden. Und sich bewusst dagegen zu entscheiden, heißt für mich halt auch, okay, wir geben diese Saison nicht her, aber wir sind mit den Mitteln zufrieden und wenn es nicht für ganz oben reicht, reicht es nicht für ganz oben. Weißt du, es sind so... Ja, ist halt aber auch so eine Münzwurfsituation. Ich meine, der Plan kann jetzt aufgehen, wenn man sich das mal anguckt. Wie gesagt, sie haben jetzt nichts getan. Du weißt auch nicht, wie viel von der Kohle, die sie im Sommer eingenommen hat, jetzt tatsächlich noch irgendwie da ist, was man vielleicht auch perspektivisch schon an Transfers für den Sommer vielleicht geplant hat, wo man auch sagen muss, okay, wir können die Kohle einfach nicht doppelt ausgeben. Weißt du eben auch nicht, wäre ja auch noch so eine Theorie. Dann haben wir noch diese ganze Thematik mit dem Stadion, wo man auch noch irgendwie vielleicht Geld reinwerfen will. Aber du kannst da hingehen und sagen, wir glauben dran, dass dieser Kader funktioniert. Wir verpflichten jetzt keine neuen, auch wenn da nicht alles so 100 Prozent läuft. Wir haben ja in der Vergangenheit auch erlebt, da brauchen nur irgendwie zwei Leute irgendwie krankheitsbedingt irgendwie umfallen und dann hast du echt ein Problem. Und das ist eine klassische Münzwurfsituation, das kann funktionieren. Das kann dir aber auch krass auf die Füße fallen. Das finde ich aber, René, da würde ich unterschreiben, wenn die Eintracht funktioniert hätte in der Rückrunde, also im Rückrunde, am Anfang, am Ende der Hinrunde. Das hat sie aber ja schon nicht mehr. Deshalb ist es für mich noch unverständlicher. Hätten wir da einen Top-Sport, alles Netz, der wirklich alle weggeschossen hätte, jetzt dann gesagt, wir verpflichten aber nicht noch einen zweiten, weil der funktioniert. Und da heißt ja immer die Gefahr auch, der verletzt sich, da hast du niemanden mehr. Aber wir hatten ja da schon niemanden. Und wir hatten da schon auf Rechtsaußen die Problematik, dass nichts kam. Und Marvin, wie oft haben wir gestern gesagt... Da haben wir doch nicht mal in dem System mit Viererkette gespielt. Und das war schon stellweise offensichtlich. Richtig, genau. Also auch gestern hast du am Anfang gerade wieder gesehen, Eieiei, was haben die sich schwergetan, wieder ging alles wieder über links. Kostic hat ein super Spiel gemacht, der hat das ausgiebigst ausgenutzt. Aber jetzt wirklich Worst-Case-Szenario, Kostic kann man ein paar Spieler nicht spielen. Da fällt dir eine Säule wieder weg, wo du wirklich sagen musst, oh, jetzt haben wir aber wirklich ein Riesen-Riesen-Problem, was vorher meiner Meinung nach schon lange bekannt war, weil einfach vakante Personalien und vakante Positionen überhaupt nicht besetzt wurden. Deshalb eine Münzwurfsituation ist das für mich schon nicht mehr. Sondern das ist wirklich, wir sind zufrieden und hoffen, dass vielleicht der ein oder andere Rückkehrer uns weiterbringen kann. Wir hoffen, dass ein Bas Dost mal fünf Spieler am Stück spielen kann. Man nicht hier mit Magen, Darm oder irgendwelche Zipperlein, weil irgendein Nerv klemmt, ausfällt. Wir hoffen, dass Silva mal das leistet, was angeblich in ihm steckt. Also es ist schon sehr viel Wenn, 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 Wenn. Also mit Münzwurf hat das für mich nichts mehr zu tun, sondern es ist schon eher so, oh, hoffentlich klappt das, was wir uns vor ein, zwei Jahren mal ausgedacht haben, die Transfer oder vor einem halben Jahr dann im Endeffekt, die Transfers, dass die jetzt irgendwann greifen. Auf der anderen Seite, und das ist schon schade, weil der Markt meiner Meinung nach gerade das Potenzial mit, und darüber haben wir ja auch schon hier im Podcast gesprochen, es ist ein großes Turnier im Sommer, die Spieler in anderen Mannschaften wollen oder müssen spielen, um da teilnehmen zu können. Ich denke schon, dass da das eine oder andere realisierbar gewesen wäre. Und dann, in Anführungszeichen, auf Geld zu sitzen und zu sagen, ach, naja, wir sind auch zufrieden, wenn wir hier nicht ganz oben mitspielen, sondern wir dümpeln die Saison jetzt mal Dings und im nächsten Jahr greifen wir wieder an. Ob das dann alles so einfach ist und diese Transfers dann greifen, das finde ich immer krass. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch, und das habt ihr schon richtig gesagt, so viele Punkte in der Hinrunde liegen lassen, dass es jetzt wirklich super schwer ist, da oben in diese Region Platz 5, Platz 6 einzugreifen. Und ich glaube auch, dass das der Punkt ist, dass die Verantwortlichen sagen, Platz 7, oh, wieder diese ganzen Qualifikationsrunden, da machen wir uns ja hier wieder die ganze Saisonplanung kaputt. Also ich denke, das Ziel ist dann tatsächlich eher Platz 5 und 6 statt Platz 7. Und da ist halt wirklich jetzt schon weit. Das ist wirklich problematisch. Das muss man genau so sagen. Ich lasse mich genau nämlich da nochmal einhacken, was du sagst mit dieser Qualifikationsrunde. Die haben wir ja jetzt mitgenommen. Und wir haben sie mit Feuereifer mitgenommen. Und wer weiß, ob das jetzt schon das Ende ist. Aber ich glaube, zweimal hintereinander wird es halt echt eng. Und das ist ja dann auch gar nicht schlimm, dass du halt sagst, okay, du gehst nicht nochmal diesen Weg. Weil der hat natürlich auch die Saisonvorbereitung ein bisschen umgeworfen. Der Eintracht ist sehr, sehr früh in diese Saison gestartet. Wir müssen einfach, glaube ich, auch ein bisschen Vertrauen darin haben, dass jetzt wahrscheinlich das Geld vielleicht nicht so da war, dass du gesagt hast, du kannst damit relativ einfach verfahren und kannst jetzt einen Spieler holen, der genau auf die Position passt. Vielleicht gab es den einfach nicht. Oder vielleicht gab es den zumindest nicht für das Geld. Und dann müssen wir halt sagen, okay, dann bin ich natürlich unzufrieden, weil ich hätte mir natürlich eine Option gewünscht für Bastos. Da vorne wird es jetzt eng. Du hast mit Joveli jetzt jemanden abgegeben, wo du normalerweise sagst, Alter, warum gibst du den denn ab, wenn du keinen neuen Spieler dafür holst. Aber das ist halt jetzt so. Es ist jetzt so. Wir können nichts mehr daran ändern. Und die Eintracht muss jetzt sehen, und wahrscheinlich auch Hütter selbst muss jetzt sehen, dass er mit dem Spielermaterial, was er auch wollte, was er auch wirklich offenbar wollte, jetzt klarkommt. Ich glaube, vielleicht ist es auch ein Fingerzeig an ihn, sozusagen, okay, du wolltest die Spieler, jetzt hast du die Spieler bekommen. Im Winter konnten wir nicht nochmal nachbessern, weil die Wirklichkeiten nicht so da waren. Ja, und dann gucken wir mal. Und ich glaube, wir sind ja jetzt schon punktemäßig einigermaßen akzeptabel dabei. Wir müssen noch 15 Punkte holen, dann haben wir die Klasse gehalten. Ich will jetzt nicht sagen, dass 40 Punkte das Ende der Fahnenstelle sind. Aber lass uns doch mal dieses Punkt... Mindestens so dieser nächste Meilenstein, an dem wir erst mal durchatmen können quasi. Genau. Und lass uns daran gehen, und dann gucken wir gleichzeitig so weit wie möglich es geht, dass wir im Europacup weiterkommen. Oder wie gesagt, ganz ehrlich, Leute, wir sind jetzt im Viertelfinale, im Februar-Karl-Finale, wenn wir jetzt ein bisschen Glück mit der Auslosung haben. Da geht hier schon wieder ganz schnell was. Also das ist ja durchaus möglich. Und das ist ja die Leistung, die die Eintracht zeigen kann. Aber vielleicht bekommt die Eintracht mit den Spielern, natürlich auch mit der Tatsache, dass einige richtig gute Spiele halt weg sind, vielleicht nicht mehr jede Woche diese Leistung hin. Ja? Aber vielleicht, ähm, vielleicht alle drei Wochen. Und alle zwei Wochen. Wenn du dann trotzdem genauso viele Punkte einfährst, wie du einen Klassenerhalt für einen sicheren Klassenerhalt brauchst und noch im DFB-Pokal brillieren kannst, naja, dann ist doch gar nicht so verkehrt. Guck dir an, wie Bremen momentan unterwegs ist. Die sind jetzt auch im Pokal weitergekommen. Aber die haben gerade 17 Punkte und die spielen richtig gerade gegen den Abstieg. So weit sind wir halt noch nicht. Und wenn wir weiterhin jetzt auch gegen Augsburg punkten, auch gerne mal mit einem Dreier. Unsere Heimbilanz ist immer noch relativ gut. Und dann wurscht. Und natürlich ist doch klar, gegen Dortmund wird es wieder schwer. Dann werden wahrscheinlich eher nichts wollen. Vielleicht ist da auch ein Unschäden drin. Und dann wird das eine gute, durchwachsene Saison. Aber, und was auch wichtig ist, wir reden hier ja nur über die, über das Präsenz. Wir reden nur über das Jetzt. Wichtig ist auch, dass wir jetzt schon bald die Vorzeichen für die nächste Saison optimieren müssen. Und das heißt natürlich, dass wir, wenn wir jetzt hier über eine ruhige Transferperiode reden, dass die im Sommer natürlich anders werden muss. Das ist auch klar. Ja gut, und dann ist halt so ein bisschen die Frage, das hatte der, lass mich gerade nochmal zurückscrollen, der Gastorn ist im Chat auch geschrieben. Dass dann auch so ein bisschen so die Frage ist, welche Perspektive gibst du denn vielleicht Spielern dann auch so, die zur Eintracht kommen wollen? Weil im letzten Jahr hatten wir ja, den Bonus zu sagen von wegen, pass auf, wir spielen international. Du kannst dich nicht nur in der Bundesliga hier ins Schaufel zerstellen und uns als Sprungbrett nutzen. Du kannst dich auch international hier mit einer geilen Mannschaft irgendwie präsentieren. Das ist dann natürlich etwas, was uns als Argument im nächsten Jahr fehlt. Ja, das ist vollkommen richtig. Und das wird natürlich eine Kiste. Das heißt, da ist wieder extrem viel Überzeugungsarbeit geleistet. Andererseits, wenn du die, aber du weißt es ja noch nicht. Das ist ja genau, du hast ja vollkommen recht, jetzt allein tabellenmäßig, da brauchst du jetzt nicht, da brauchst du jetzt nicht großartig noch halluzinieren. Du wirst jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz normal in die Euroleague kommen. Wird einfach so sein, so. Aber ist es ja durchaus möglich, dass es halt über den DFB-Pokal funktioniert. Und wer weiß, ob wir am Ende der Saison reden, na gut, okay, wir sind Zwölfter geworden, aber scheiß drauf. Wir haben jetzt wieder den Pokal geholt. Ja, keine Ahnung. Oder wir sind zumindest ins Finale gekommen. Ich meine, natürlich holen wir uns damit nicht die nächste Europasaison. Aber trotzdem ist ja ein Finaltag oder selbst ein Halbfinaltag auch etwas, wo du sagst, ja, aber du siehst, die Mannschaft, die kann schon regelmäßig auch in schwierigen Situationen abliefern. Ein Halbfinaleinzug im DFB-Pokalfinal ist auch ein Wert. Ja, genau. Und dann siehst du, die Mannschaft bleibt jedes Jahr dabei. Ich meine, das kommt immer auf die Verkaufe drauf an. Das ist natürlich so, dann holst du nicht Leute aus dem obersten Regal. Aber mir geht es ja tatsächlich gar nicht zwingend darum, dass die Eintracht immer nur das oberste Regal bedient, sondern vielleicht wieder zu den Transfers zurückgekommen, die sie letzte Saison nicht, also diese Saison nicht gemacht haben. Und zwar diese Saison, diese Transfers, wo du sagst, Mann, das ist ein guter Spieler. Dann müssen wir jetzt auch mal acht Millionen investieren. Aber wenn wir den holen, dann ist die Chance gut, dass der uns 20 bringt. Allaire beispielsweise. Solche Leute, da müssen wir halt wieder kreativer werden. Und da habe ich eine Theorie und die habe ich, wie gesagt, ich hatte es in der Vorbesprechung gerade eben auch gesagt, ich habe mir gestern Abend nochmal die Heimspielfolge vom Montag angeguckt, bei der ja sowohl Alex als auch Stefan Reich, der ja auch letzte Woche hier zu hören war, zu Gast waren. Da ging es ja auch so ein bisschen um diese Theorie oder diese Hypothese, die sie aufgestellt haben, ob Bobic in dem Moment, wo er weniger finanzielle Mittel zur Verfügung hat, vielleicht auch bessere Arbeit, was so Kaderaufbau leistet, weil er eben kreativer werden muss. Und da hat es bei mir mit so ein bisschen drüber nachdenken, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich sage, ich finde es vielleicht sogar ganz gut, wenn wir eben nicht in diesen oberen Regalboden greifen müssen, weil uns das eben vor diese Herausforderung stellt und weil ich dieser Theorie folgen kann, die dort im Heimspiel aufgestellt wurde, dass das Bobic und Bang & Manga und vielleicht auch Hütter dann in der Kombination wieder mehr in diesen Kreativitätsmodus, den du ja auch gerade eben gesprochen hast, angesprochen hast, bringt und wir damit vielleicht einfach als Eintracht besser zurechtkommen, als jetzt einfach nur mit viel Geld zu hantieren, weil das etwas ist, was wir in den letzten Jahren auch einfach nicht hatten und deswegen vielleicht auch einfach nicht können. Ich weiß nicht, ich glaube ganz ehrlich, sorry, wenn ich da nochmal einhake, Dennis, kommst gleich wieder zu Wort. Ich glaube, dass das, das Schwierige ist zu beurteilen, wenn wir ja nicht so ganz richtig nah dabei sind, denn ich glaube, wir hatten ja schon öfter über mögliche Transfers des vergangenen Sommers gesprochen und es ist ja mittlerweile verbrieft, dass die Boateng und Balotelli-Sache wirklich an Nuancen gescheitert ist und da müssen wir sagen, das ist ja ganz oben auf dem Regal gewesen, viel höher geht es ja gar nicht und dass es das an Nuancen gescheitert ist, zeigt uns ja, dass die durchaus damit umgehen können, aber vielleicht auch nicht, einfach nicht Bock haben, jeden Preis und alles mitzumachen. Du siehst, wie gut es ist, dass wir halt nicht den ersten Preis hingelegt haben und das, wie gut es war, dass Bobic auch ein wenig gewartet hat mit dem Transfer, ja, weil erst wollten sie über 10 und im Endeffekt haben wir weit unter 10 für ihn bezahlt. Also das sind halt so Sachen. Ich glaube, es ist schwieriger, du hast vollkommen recht, auf einem Markt, der generell höhere Summen veranschlagt, umzugehen, aber ich glaube, auch das macht Bobic schon ganz gut. Ich würde aber sagen, der Eintracht steht per se besser, wenn wir Spiele holen, die gut sind, die uns auch schon auf einem anderen Niveau begegnen, aber trotzdem noch ein bisschen ausbaufähiger sind, weil ganz ehrlich, das wäre ja eine ganz andere, also da wäre Balotelli und Boateng eine ganz andere Kategorie gewesen. Die wären die Kategorie gewesen. quasi ausentwickelt, da kriegst du auch wahrscheinlich dann auf lange Sicht gesehen, kriegst du mit denen nicht mehr Geld, sondern tendenziell immer weniger von der Kategorie. Aber du machst es jetzt für den Moment, du setzt ein Zeichen, du nimmst für diese Saison nochmal wieder einen neuen Anlauf und so weiter und so fort und setzt neue Reizpunkte. Das kannst du ja auch alles damit schaffen. Fakt ist, es hat nicht geklappt, ist alles okay. Aber deswegen, weil das so nicht geklappt hat, ist es vielleicht auch wieder sinnvoll und wir gleichzeitig aber nicht wieder normal in die Euroleague kommen, schätze ich mal, müssen wir uns halt andere Hilfsmittel bedienen und dann wieder kreativer sein. Aber du hast vollkommen richtig angesprochen, René, eine Kreativität muss ja nicht schlimm sein. Das Einzige, was uns zum Nachteil gereicht, ist halt, und da hast du ja Red Bull eben vollkommen richtig angesprochen, natürlich, dass halt eine Marktdurchsetzung insofern einfach problematisch ist, weil auch für mittelmäßige Spieler unglaublich viel Geld veranschlagt wird. Und das heißt, es ist natürlich für Leute wie Ben Manga auch extrem schwierig, noch kreativer zu gucken, damit der andere Verein oder andere Vereine gar nicht aufmerksam werden auf die jungen potenziellen Stars. Schwierig. Richtig. Aber Leute, zwei Punkte kurz dazu. Ich glaube, problematisch wird es, leider Gottes, werden wir uns wahrscheinlich ja im Sommer von Kostic verabschieden müssen, denke ich mal zumindest. Aktuell gehen wir, glaube ich, davon alle aus. Heißt zwar große Einnahmen, problematisch, aber die Einnahmen sind wieder bekannt. Heißt, der Markt wird generell schwieriger für uns, weil wir Leute denken, dass wir Geld eingenommen haben. Das ist ja immer dieses Rechenspiel, wo auch Bobic immer regelmäßig verrückt wird. Der sagt, Leute, rechnet das doch nicht so eins zu eins, was auch teilweise in den Medien dann mal irgendwann drin stand. Ich glaube aber tatsächlich, dass das in Verhandlungen super schwierig ist, wenn einer weiß, Ja, glaube ich auch. Idealerweise nimmst du für einen Kostic 40 Millionen ein, bist du alleine gerechte Inhaber, dann willst du natürlich auch, und da habe ich das richtig gesagt, selbst für mittelmäßige Spieler oder selbst die, die ein bisschen kreativ sind, ach Eintracht Frankfurt, ach, die haben ja gerade viel Geld eingenommen, da mache ich mal noch eine Null hinten dran. Also, glaube ich, wirklich da in der Hinsicht problematisch. Auf der anderen Seite aber dieser Wegfall dieses nächstes Jahr Euroleague-Spielen, ja, die Spieler können sich nicht mehr präsentieren, aber dadurch, dass wir jetzt eigentlich sehr viel international präsent waren und auch gestern ja wieder, war ja geil, dass Sport 1 auch die Eintracht übertragen hat im Free-TV und auch, ja, im Endeffekt durch RTL Nitro, da sehr viel gezeigt wurde, sehr viel auch in die breite Masse investiert wurde, glaube ich schon, dass auch die Berater wissen, da ist eine große Fanbase mittlerweile, da ist ein gewisser Halo-Effekt, also, wie sagt man so schön, Leuchteffekt, der uns da eventuell auch über die nächste Saison hinweg noch so ein bisschen diese Performance bieten kann und da auch noch sagt, ah, Eintracht Frankfurt, das ist tatsächlich ein Name wieder in der Bundesliga, der eventuell dann auch den einen oder anderen davon überzeugt, zu uns zu kommen, also, ich glaube, der Effekt ist jetzt noch kurzfristig da, wir müssen nur gucken, dass wir das jetzt ausnutzen, selbst wenn wir im nächsten Jahr jetzt nicht spielen, wenn du noch zwei, drei Jahre und wieder die alte graue Maus der Bundesliga wirst, dann, glaube ich, wird es richtig schwierig, wenn du jetzt mal ein Jahr und den Leuten perspektivisch zeigst, du bist ein Schlüsselspieler, dich wollen wir haben, um jetzt wieder ganz oben anzugreifen, dann können wir vielleicht in ein, zwei Jahren hier Champions League spielen und so weiter, ich denke, da ist schon Potenzial noch da, wo du momentan auch noch Argumente hast, um die Leute zu überzeugen, nur da darfst du es jetzt nicht verschlafen und dann wieder sagen, ich muss aber jetzt im nächsten Jahr noch mein Geld zusammenhalten, weil ich noch mal zehn Millionen ins Stadion stecken will, da muss man sagen, Leute, da macht er was falsch, das muss jetzt passieren und die Weichen müssen frühzeitig gestellt werden, glaube ich, da bin ich voll bei euch. Was ich an der Stelle nur kurz anmerken wollen würde, ja, ich meine, es ist klar oder sehr offensichtlich, Kostas wird schweren Herzens uns vermutlich zur nächsten Saison verlassen, was nachvollziehbar ist und ja, du kannst dann für viel Geld einen neuen linksoffensiven Spieler kaufen, aber du wirst trotzdem diesen Spieler mit seinen Anlagen, mit seiner Art und Weise und wie er sich in dieses System integriert hat, niemals eins zu eins ersetzen, egal wie viel Geld du da hin wirfst, sondern es wird wieder ein Umbruch sein auf dieser Position, was es aus meiner Sicht halt einfach doppelt kompliziert macht, weil du zum einen mit dem Fakt umgehen musst, dass andere wissen, dass du Geld hast und dass du eine Position hast, die du irgendwie besetzen musst, das bringt dich schon mal eine ganz schlechte Verhandlungsposition, plus dessen, dass du dieses komplette System entweder wieder anpassen musst oder halt eben einen Spieler haben musst, der sich an das vorhandene System so anpassen kann und selbst das wird, egal in welcher Konstellation, Zeit brauchen. Ja, wird schwierig, aber ist nicht unmöglich. Ja, ist schwierig, aber ich denke, es ist trotzdem möglich. Also ich weiß natürlich. Ich sag nicht, dass es unmöglich ist, aber nur um jetzt schon mal hier so ein bisschen Erwartungshaltung zu managen, falls das denn überhaupt in irgendeiner Art und Weise möglich ist, es ist halt ein viel komplexeres Thema, als einfach nur tausche Geld gegen Spieler. Nein, aber es bietet doch unglaublich viel Potenzial, auch endlich mal ein neues System zu machen, weil ich muss wirklich sagen, momentan, und das finde ich, ist ja dieses Problem dieses aktuellen Superspielers Kostic, das einfach natürlich auch alles weiterhin auf ihn ausgelegt ist. Das ist so dieses, da muss ich tatsächlich sagen, wenn Kostic nicht mehr da ist, und da sind wir uns einig, selbst wenn du 40 Millionen bekommst und 40 Millionen wieder investierst, hast du nicht den gleichen Spiel, es wird keinen Sinn machen. Aber da hast du wirklich mal die Möglichkeit, vielleicht mal auch in der, gerne auch über den Rechtsaußen was zu machen, obwohl das natürlich sehr unkreativ wäre, aber auch im generellen Aufbau, im generellen Fluss, vielleicht mal wirklich einen Spieler dir zu holen, der hinter den Spitzen spielen kann und diese schönen Schnittstellenpässe spielen kann, weil da, finde ich, fehlt es aktuell noch erheblich und würde der Eintracht vielleicht gut tun, auch mit dem Stürmerpotenzial, was wir vorne haben. Wir haben ja schon gesagt, Silva, wenn der mal richtig ins Rollen kommt und auch ein Patienz, der ist eigentlich eher jemand, den du dann vielleicht so mal ins Spiel bringen kannst, muss man einfach schauen. Ich finde, das bietet auch unglaublich viel Potenzial, wenn eben dann so Spieler, die total overperformen und eigentlich über allem schweben und du sagen kannst, das läuft immer und Dings, in unseren grauenvollsten Zeiten, wir alle erinnern uns dran, System GKs, was dann auf einmal, System GKs hat nicht mehr funktioniert, ist übertrieben gesagt. Das hat natürlich auch Potenzial geboten. Ja, aber trotzdem, ja, natürlich, das ist jetzt aber schon, also ganz ehrlich, das finde ich falsch tatsächlich. Ich meine, ja, natürlich bietet es auch wieder Möglichkeiten, da hast du vollkommen recht, aber wir können doch jetzt nicht so tun, als wäre das jetzt irgendwie jetzt schlecht, dass wir mit Kostic einer der unfassbar geilsten Spieler gerade auf der Position haben. Und natürlich, das Spiel verändert sich dann immer, das ist klar. Aber ich meine, ja, das bietet Chancen, aber trotzdem ist es doch erstmal was Positives, dass wir so einen Spieler überhaupt erstmal ein Jahr noch hier haben. Und du findest dann auch, du findest auch andere Leute, die die Position wieder anders interpretieren. Links, das ist eine, er interpretiert die linkes Mittelfeldposition, das hat ihm ja auch geholfen. Du siehst ja tatsächlich, dass er dadurch, dass er von linken Verteidigungspositionen ins Mittelfeld gerückt, siehst du ja, dass er einen neuen Offensivdrang entwickelt hat, bei dem ich übrigens skeptisch war, wo ich mir nicht klar war, wo ich mir nicht klar war, wird er das so aussetzen können oder einsetzen können oder wird es wahrscheinlich so laufen, dass er weniger Laufmöglichkeiten hat, um von hinten zu kommen. Es hat super funktioniert. Also insofern, ich bin da sehr zufrieden. Nein, da bin ich voll bei dir, Marvin. Das sollte jetzt auch nicht heißen. Ich bin traurig, dass wir im Endeffekt Kostet haben und es läuft jetzt alles so. Es klang jetzt eben so, als wärst du frustriert, weil es so wenig Möglichkeiten gibt. Nein, 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 nein. Aber man muss, ich finde es ja so schade, dass alle schon, also ich habe das nur von vielen jetzt schon mitbekommen, dass viele heulen, weil sie sagen, ach herrje, im nächsten Jahr, dann spielen wir wieder unten mit. Das finde ich totale Käse. Da brauchen wir gar nicht mehr zu spielen, nur weil eventuell Kostic dann wegfällt. Ja, Kostic ist momentan Schlüsselspieler und ich liebe es, dass er da ist und absolut Team Kostic. Geil, wirklich ein genialer Spieler, aber die Welt geht nicht unter, wenn wir für gutes Geld Kostic verkaufen können und dafür, und da bietet sich viel Potenzial und ich muss sagen, die Lösung mit, was René ja auch gesagt hat, das wird nicht funktionieren, 1 zu 1 einen Kostic zu ersetzen und das System weiterzuspielen, aber das will man dann auch, glaube ich, gar nicht. Aber gehört nicht auch das ein Stück weit zu dieser Weiterentwicklung, die wir fordern und die wir ja auch sehen, dazu, dass wir auch mal so einen, ich will es jetzt nicht Rückschritt nennen, aber so einen Sidestep, mal zu sagen, wir machen jetzt mal eine Saison am Ende mit irgendwie Platz 11, ohne international und gehen dann aber auch daraus dann mit einer, mit einem neuen Plan raus, wie wir uns weiterentwickeln, weil das gehört doch auch zu dieser Weiterentwicklung der Eintracht in Summe dazu, siehe Gladbach als Beispiel, die das ja auch so gemacht haben. Da müssen wir halt auch einfach durch, das müssen wir als Fans dann auch einfach akzeptieren und wie Dennis das so richtig sagt, das in Summe einfach auch als Chance sehen und gucken, was dann da draus wird. Ja, auf jeden Fall, klar, und das sehe ich genauso, und die Sache ist ja die, was ja passiert, und wir reden gerade über das Finanzielle, von dem wir natürlich alle nicht hundertprozentig sind, wie verteilt sich das überhaupt, aber wir müssen ja auch sagen, die Eintracht entwickelt sich zwar jetzt nicht zwingend nur auf dem Platz, wir haben gesehen, auf dem Transfermarkt wurde jetzt nicht großartig viel hantiert, wir können nachher nochmal kurz über Ilsaner sprechen, glaube aber nicht, dass das ein Gamechanger bei der Eintracht sein wird, aber was die Eintracht auf jeden Fall tut, ist, dass der Videowürfel irgendwann erneuert wird, Dennis, wir haben darüber gesprochen, es gibt eine Veränderung in dem Rechten bezüglich des Stadions, dass die Eintracht mehr Einnahmen generiert, ich glaube, 80 Prozent der Einnahmen werden auf Eintracht-Seiten gehen, 20 Prozent bekommt dann noch die Stadt, sie hat mehr Recht und Möglichkeit, Dinge auszusuchen, also das heißt, das ist ja schon eine positive Weiterentwicklung, die Eintracht wird wahrscheinlich 2020 die 100.000 Mitglieder anpeilen, also auch das ist eine super Sache, das heißt, es passiert viel und es wird viel investiert, man überlegt, wie man es macht in Sachen Neujustierung, Jugendarbeit, wir haben Andi Möller, der eine sehr kontrovers diskutierte Persönlichkeit, von der ich auch noch nicht weiß, ob das überhaupt, also was soll das überhaupt, wir haben ja schon mal darüber geredet, aber gut, wir werden sehen und auch da passiert zumindest was und ich glaube, es geht dann immer weiter und die Professionalisierung schreitet aktuell zwar eher auf anderen Ebenen voran, aber sie ist noch da und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir der Eintracht, auch wenn ich selber zu den Leuten auch gehöre, wo ich sage, manchmal nach Düsseldorf bin ich natürlich sauer, klar, aber ich glaube, wir müssen dieser Mannschaft und auch diesem Verein die Chance geben, weiter zu wachsen und wie gesagt, nach dem Beginn dieser Rückrunde bin ich ja nicht bereit, noch viel negativer zu reden. Dann lass uns doch vielleicht mal über dieses Thema Transfers sprechen, du hast es gerade eben schon angedeutet, letzte Woche Freitag war der allseits bekannte Redline-Day, die Eintracht hat zwei Sachen dort kurz vor Torausschluss so mehr oder weniger noch durchgewunken, das eine, Jovelic verlieren bis Saisonende ohne Kaufoption, wichtige Info ohne Kaufoption zum RSC Anderlecht. Bedeutet für mich im Umkehrschluss Hypothese, wir spielen in der Rückrunde vorwiegend in Systemen mit nur einem Stürmer. Das sieht irgendwie stark danach aus, sonst würdest du ja nicht deine vorhandenen Stürmer von vier auf drei reduzieren, wenn du permanent mit zwei Stürmern spielen willst, weil da musst du ja auch ein bisschen mal Spielmasse zum Durchwechseln haben. Ich sage ganz klar, wir sehen vorrangig Einstürmer-Systeme. Würde ich fast so unterschreiben, aber die Argumentation passt glaube ich nicht, weil Jovelic generell im System Hütter keinen Platz gefunden hatte, so wie er momentan ist oder so wie er momentan gespielt hat. Ich hatte ein Interview, ich weiß gar nicht, oder was, es ging im Endeffekt darum, dass Jovelic wohl die Laufwege, die Hütter hervorgebt, nicht so eingehalten hat, wie es eigentlich eben ein Profi umsetzen müsste. Und das ist wohl Hütter sehr, sehr negativ aufgestoßen. Deshalb, mir hat er nämlich eigentlich sehr gut gefallen. Oft, wenn er kam, hat er so ein bisschen diese Bissigkeit und diese, ich sage mal, Rebic-Mentalität gezeigt. Ich gehe richtig früh drauf und war so mit der erste Angreifer. Hat mir eigentlich gut gefallen, aber ich kann schon nachvollziehen, was damit gemeint ist. Es waren schon teilweise auch ein bisschen so vogelwilde Aktionen nicht in der Formation geblieben. Das stinkt Hütter, glaube ich, extrem. Deshalb glaube ich tatsächlich, dass auch wenn Jovelic im Kader geblieben wäre, jetzt diese Rückrunde, hätten wir ihn kaum. Naja, aber... Äußerst Notfall gesehen. Deshalb glaube ich, dass wir generell, wahrscheinlich war der Plan nur mit einem Stürmer zu spielen. Ich glaube nicht, dass das jetzt daran lag, jetzt haben wir noch Jovelic weggegeben, jetzt müssen wir unser System generell rausgehen. Sicherheit nicht daran, aber es ist halt für mich einfach ein weiteres Indiz, weil wenn du in einem System stärker spielen würdest mit zwei Stürmern und du bist darauf angewiesen, dass du vier Leute hast, dann verpflichtest du entweder noch einen oder du arbeitest so viel mit dem Kerl, bis der die Laufwege macht, die du von ihm haben willst. Aber wenn du ihn abgibst, dann hast du auch von vornherein gar nicht den Bedarf gehabt. Ja, sehe ich auch so, Marvin, aber wie sind wir das denn? Ich tue mir natürlich extrem schwer damit, weil ich das nicht als Wunschformation sehe, dass nur ein Stürmer wirklich da vorne spielt. Ich auch nicht, das macht es ja so kompliziert. Ja, weil du merkst in der Regel schon, also guck mal, ich meine, ich tue mir leid, ich komme nicht drum herum, jetzt mehr positive Aspekte einfach gerade zu nennen, denn selbst eine Einwechslung von Patienz hat in den letzten Wochen immer wieder Erfolg gezeigt. Ich meine, auch gestern war er ein wichtiger Baustein, als er gut mit Kostas beispielsweise zusammengearbeitet hat. Also ich sehe schon irgendwo die Möglichkeit, vielleicht gegen andere, gegen schwächere Gegner auf dieses Zwei-Stürmer-System zu gehen. Ich denke immer noch, dass Patienze, ja genau, dass Patienze und Dost eigentlich gut harmonieren könnten da vorne gegen schwächere Gegner. Glaube aber, dass dieser Rückzug auf eine Einstürmer-Position auch seine Vorteile haben kann, wie wir gestern gesehen haben. Ich glaube, es gibt nicht dieses eine feste System, sondern dieses zweite System. Und wenn wir dann noch mal ganz kurz die Position von Jovelic behandeln, da müssen wir einfach sagen, klar, mich macht es auch traurig, dass der Junge jetzt nicht so zum Vorschein kam. Aber wir haben auch bei Kamada schon gesehen, dass ein halbes Jahr oder ein Jahr in Belgien durchaus seine Vorteile haben kann. Und ich glaube, wenn Jovelic das irgendwie auch die Chance bekommt, sich da zu beweisen, dass es für ihn gut ist und wir sind ja ganz sicher, wir haben ohne Kaufoptionen, es ist alles cool. Der kann im Sommer zurückkommen und ich hoffe, ich hoffe, dass er bis dahin noch ein paar Mal mehr genetzt hat, sich ein bisschen empfohlen hat, und dann sind die ganzen Spiele ja wieder ganz neu gemischt. Dann haben wir mit Ache einen Stürmer, der auch neu ist. Die müssen sich auch neu einspielen. Ache ist für mich auch so ein Perspektivspieler, von dem ich nicht genau weiß, ob der jetzt gleich die ersten zehn Bundesligaspiele fünf Buden macht. Aber das kann auch, du musst Vertrauen in die Leute haben. Und das ist ja schon ein positiver Weg, der mir aufgezeigt wird. Und ich will noch mal ganz kurz auf was anderes kommen. Und zwar hat er Chancen-Totens geschrieben bei Twitter, glaube ich. Und der hatte ja gefragt, ist das diese Zurückhaltung, der Eintracht auf dem Transfermarkt in der Winterperiode, jetzt irgendwie darauf zurückzuführen, dass vielleicht ein größerer Sturm auf die neuen Spiele im Sommer ist. Ich glaube, und das ist ja genau das, was wir eben ja auch schon thematisiert haben, ich glaube schon, die Eintracht will das Geld lieber sinnvoll einsetzen und hoffentlich sind sie jetzt schon dran, die Leute klarzumachen. Ja, oder wie ich vorhin gesagt habe, vielleicht ist da auch schon im Hintergrund was vereinbart worden, was wir jetzt nicht haben. Ich meine, du hast gerade eben Acha angesprochen, der ist ja jetzt schon auch kommuniziert. Auch da wird ja Geld noch in irgendeiner Art und Weise vielleicht fließen, was du noch irgendwie, ja jetzt hier irgendwie schon mal wegstreichen musst. Man weiß ja nicht, was ist vielleicht an Vorverträgen noch gemacht worden. Also ich halte das schon für eine mögliche Variante und was ich prinzipiell auch nicht schlecht finden würde, wenn sie es denn bis dahin jetzt auch auszahlt, dass wir diesen Weg gegangen sind. Das ist dann noch die andere Frage. Und das geht ja gerade und da müssen wir auch positiver sein. Ich weiß, das ist nicht einfach manchmal, aber die Eintracht ist momentan in der guten Position und wenn ich sehe, dass eins ums andere Mal, dass wir jetzt das Glück auch wieder zurückgewonnen haben, was uns auch wirklich gefehlt hat zuletzt und wo du auch die Leistung nicht, die Einstellung nicht gestimmt hast, aber die stimmt jetzt. Die hat gegen Düsseldorf nicht gestimmt, aber bei drei von vier Spielen gerade hat sie gestimmt. Ist doch geil. Und so müssen wir jetzt auch weiter mit dem Support auch vorangehen und denken, gemeinsam können wir da diese Saison auch noch mehr erreichen. Und vielleicht wären wir dann der Sechster, aber vielleicht schaffen wir es irgendwie weiterzukommen. Und ich glaube, das ist alles nur ein bisschen wackeliges Konstrukt, weil na klar, es können zwei Sachen schlecht passieren. Du kannst mit zwei Chancen werden verwandelt, der Leipziger bei dem Ligaspiel, und schon legst du 0-2 mal hinten, aber dann hast du ja trotzdem immer noch gut gekämpft. Du holst nur nicht die Punkte. Mittlerweile funktioniert das und ich glaube, wir müssen hoffen und wir müssen auch damit einwirken, dass die Mannschaft sich diese Punkte immer mehr und immer weiter verdient. Und das ist ein Ritt, gerade wenn es gegen Scheißgegner wie Augsburg geht. Aber ich glaube, zumindest zu Hause ist da halt noch nichts gelaufen. Ja, das ist richtig. Guter Punkt, ja, mit dem Zuhause ist tatsächlich hier noch ein Trumpf. Auf der anderen Seite, das ist natürlich umso deprimierender gewesen, dass Düsseldorf ja Tabellenletzter war. So diese typische selbst erfüllende Prophezeiung, wie man ja so schön sagt, Trainer noch vorher gewechselt. Das tut uns halt nie gut. Das ist so, das liegt auch sicherlich in den Köpfen drin. Jetzt musst du einfach gucken, natürlich ist Augsburg auch schon wieder so, ach, da siehst du irgendwie immer nicht so gut aus. Freitagabend sind die Leute auch noch platt von der Arbeit irgendwie. Das ist alles, die Vorzeichen stehen nicht unbedingt perfekt, aber gerade das, musst du jetzt diesen Hype aus diesem DFB-Pokal spielen, musst du einfach jetzt mitnehmen und musst die Leute motivieren und dann ist das, denke ich auch, ist auf jeden Fall was drin. Ja, ich glaube, die Eintracht ist aktuell gerade in der Situation, in der es ganz offensichtlich ist, dass, wie gesagt, es ist so, wir waren jetzt alle nicht mega zufrieden mit der Wintertransferperiode, Punkt aus die Maus. Alles gut. Aber wir müssen doch einfach erkennen, dass die Eintracht gerade in der Situation, wo nicht alles immer 100% ist, man ist irgendwie nicht zufrieden, weil man hat irgendwie ein bisschen gehofft, Rebic kommt, dann kam Rebic nicht, es hat auch da nicht gestimmt, das ist auch vollkommen okay. Aber man ist unzufrieden aus der Winterpause gekommen, weil man auch gemerkt hat, okay, die letzten Spiele waren Gerütze. Jetzt siehst du einen deutlichen Leistungswechsel. Du siehst es, die Mannschaft den Kampf angenommen hat, wie der will. Und auch trotz wahrscheinlich interner Stimmungsschwankungen, um es mal vorsichtig zu formulieren, ist das, was wir auf dem Platz sind, durch die Bank ganz gut. Und vielleicht ist es jetzt halt auch an uns, genau diesen positiven Vibe wieder voranzutreiben und trotzdem immer noch offen anzusprechen, wenn Dinge nicht laufen. Also wenn sie jetzt am Freitag wieder so eine Leistung abliefern wegen Düsseldorf, dann muss ich mich schon fragen, wie gibt es denn die Möglichkeit, dass das Hütter vielleicht es hinbekommt, dass sie wieder auf ein anderes Niveau, zumindest auf ein anderes Leistungsniveau kommen. Das sind halt so Sachen, dafür ist mir eine Bewertung der Rückrunde einfach noch momentan zu kurz. Ja. Aber ich sehe die Ansätze halt so. Und ich tue mir da, wie gesagt, und ich merke, was die Mannschaft zu leisten imstande ist und ich hoffe, die ruft es nur wieder öfter ab, denn dann brauchen wir echt keine Untergangsstimmung haben. Ich, wie gesagt, ich finde es immer interessant, ich kenne, ja, vor zehn Jahren oder vor acht Jahren war ich da genauso, ne. Aber mittlerweile muss man dann auch sagen, okay, ja, vielleicht ist auch nicht alles immer alles schlecht und dann ist wieder alles gut und so. Und wenn wir dann sehen, dass die Mannschaft ja selber so divers ist und wahrscheinlich aber auch gerade vielleicht auch mit sich zu kämpfen hat und du merkst, es läuft nicht alles immer rund, ne. Und du denkst ja selber, okay, du hast jetzt mit Bastos jemand, das ist ein geiler Typ und dann siehst du aber, wenn du in der Mannschaft selbst bist, siehst du, Alter, der kann ja kaum laufen, ey, der ist ja jedes Spiel, dritte Spiel ist ja verletzt. Ja, dann denkst du, hattest du auch mit dir, ne. Und ich glaube auch, für Kostic, Fiedl ist ja nicht leicht, in der Hinrunde zu sehen, Alter, ich mache hier die Meder und wo sind denn die anderen Peders, weißt du? Weißt du, das ist ja auch für ihn schwierig und trotzdem hat er es angenommen und diesen Positionswechsel, der hat ihm ja komplett gut getan und jetzt trifft er wieder. Das ist doch mega geil. Natürlich wird er im Sommer wechseln, aber dann kommt Neujahr und wir bekommen für Kostic unfassbar viel Geld, wo Stuttgart damals gemeint hat, gedacht hat, Alter, ja gut, den Spiel brauchen wir erinnert mehr. Die werden sich da rumgucken, Stuttgart und Hamburg, wenn sie nur umgucken, wie viel Geld wir eingenommen haben für Kostic, der dann den Vertrag seines Lebens absolviert. Und dann können wir doch auch stolz sein, weil wir es wieder geschafft haben, einen Spieler noch mal besser zu machen, was auch ein Wert ist. Sorry, dass ich immer diese positiven Reden halte, aber ich glaube... Nein, 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 das ist alles auf jeden Fall gut. Einen Punkt muss ich nur sagen, der Eintracht-Fan im Generellen, finde ich, lebt aber doch davon, von diesen Achterbahnen. Ja, Alter, dann ist es richtig scheiße. Jetzt zieht es mal wieder richtig im Bauch und da ist die Stimmung geil nach so einem Pokal wie hier und dann hast du wieder diesen Bullshit auf gut Deutsch, wie diesen Liga-Alltag gegen Düsseldorf. Toi, 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 dass es am Freitag eben mal nicht so ist. Aber das macht ja auch so ein bisschen den Verein aus, muss doch wirklich sagen, dass es nicht langweilig wird. Auf der anderen Seite wünsche ich mir auch, und das muss ich wirklich sagen, dass der Absturz diesmal nicht ganz so krass wird und du einfach mit einer soliden Leistung trotzdem gewinnst. Du zeigst eine scheiß Leistung meinetwegen am Freitag, aber gewinn das Scheißspiel und hol deine Punkte. Und man muss ja wirklich sagen, klar, 40 Punkte, das ist jetzt hier die absolute Sollstelle, die wir erreichen müssen. Auf der anderen Seite, wenn du mal bei den 40 Punkten bist und dann noch ein paar Spieltage hast, dann, glaube ich, können wir tatsächlich auch noch mal gucken und auf Platz 7 etc. schielen. Aber da sind wir heute jetzt noch nicht. Jetzt musst du erst mal deine Punkte holen. Wenn du jetzt gegen Augsburg gewinnst, ziehst du schon mal an denen vorbei. Das ist doch schon mal eine feine Sache. Und dann sind wir doch alle zufrieden, denke ich. In der Achterbahn kann ich umgehen, aber wenn das Ding zum Freefall Tower wird, dann... Ja, gut. Ist ja auch okay. Da sprechen wir das auch an. Aber ihr habt vollkommen recht. Und der Basti, der ist nicht da, aber Dennis hat es ja eben vollkommen richtig gesagt. Es ist genau das. Die Eintracht und auch Eintracht-Fans leben natürlich in diesem Wechselbad der Gefühle. Damit immerhin sind wir auch noch nicht abgestumpft. Das ist ja das Schöne. Das heißt, also wenn wir dann irgendwann wieder unfassbare Erfolge erzielen und dann doch wieder ins Pokalfinale kommen, dann freuen wir uns wie am ersten Tag. Und das ist halt auch das Schöne, dass es dann immer bunt bleibt. Also man muss auch was Positives sagen. Apropos Positiv und Wechselbad der Gefühle. Zweite Aktion in diesem Wintertransferfenster, die Verpflichtung von Stefan Ilsanke mit einem Vertrag bis 2022 mit einer nicht öffentlich bekannt gegebenen, aber vermuteten angeblichen Ablösesumme von 500.000 Euro. Was fällt dir denn da zu Positives ein, Marvin? Relativ wenig. Nein, also wir müssen Dinge trennen. Ich war ja sehr emotional, als es dann darum, die Verpflichtung ging, die ja an dem Tag des Redline-Bays gemacht wurde. Und da hatte ich natürlich mein Problem damit, weil, wie gesagt, es gibt ein Verfahren, und das versuche ich jetzt so objektiv wie möglich zu halten, was momentan in Österreich läuft. Es geht hier darum, dass der Verdacht im Raum steht, dass er eine Frau vergewaltigt haben soll. Aber da muss man ganz klar sagen, es gilt immer noch die Unschuldsvermutung, und wir müssen sehen, wie das läuft. Ich finde es trotzdem problematisch. Ich glaube, als Verein hätte ich das nicht zwingend gemacht. Zumindest, wenn ich eh gerade in einer wackeligen Situation bin und vielleicht nicht noch mehr Unruhe gebrauchen kann. Da gibt es mehrere Ebenen. So, jetzt haben wir das aber abgehandelt, weil wir müssen auch da sagen, wir müssen die Untersuchungen den Stellen überlassen, die dafür zuständig sind. Und dann Vermutungen anzustellen, es stehen öfter mal Vermutungen im Raum, deswegen ist es wichtig, dass wir das trennen und dass wir sagen, okay, die Juristerei in Österreich wird das regeln. So, Punkt. Aus rein sportlicher Sicht erschloss es sich mir nicht, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, wir hatten genügend defensive Mittelfeldspieler. Wir haben mit der Guzman auch jemanden, der zum Beispiel nie zum Einsatz kommt. Toro kommt langsam wieder zurück. Wir haben eigentlich mit Hasebe, der ja auch gestern offensichtlich auf dieser Position gespielt hat, oder vielleicht ein bisschen zurückgezogen, aber schon genau das bekleiden kann. Das heißt, es gibt für mich, und das waren nur die Spieler, die nicht regelmäßig spielen, es gibt für mich eigentlich kaum Grund, da nachzubessern. Und deswegen finde ich zwar die 500.000 Euro wenig, weil das ist ein Spieler, der bei Red Bull auch nicht nur auf der Bank gesessen hat, aber ich finde es unlogisch tatsächlich. Na gut, man muss natürlich auch das Gehalt wieder im Hinterkopf haben, wird auch nicht so wenig sein für den gestandenen. Er ist ja auch schon 30, also wird das Gehaltsgefüge auch jetzt nicht mini sein. Ich bin da einerseits schon bei dir, Marvin, auf der anderen Seite, ich habe mich gefragt, soll es ein Fernandes-Ersatz sein, weil der ja definitiv jetzt länger ausfällt. Weiß ich überhaupt nicht, ob er es begleiten kann, beziehungsweise bin auch so ein bisschen, es heißt ja immer, Fernandes ist gut für den Team-Spirit und so weiter, er hilft der Mannschaft auch neben dem Platz extrem weiter. Die spielerische Komponente, wo ja viele sagen, oh Gott, Fernandes, der Treter, da ist ja nicht viel spielerisch da. Ich denke schon, dass er den 1 zu 1 ersetzt kann auf dem Platz. Auf der anderen Seite sind genau die Punkte, die du ansprichst. Natürlich, offensichtlich ist der Genesungsfortschritt von Toro glücklicherweise sehr positiv und geht wohl alles schneller als gedacht, wurde ja jetzt auch für die Euroleague nachnominiert. Also da siehst du, da ist schon einiges los auf der Position. Bin auch sehr gespannt, ob Ilsenke sich da durchsetzen kann. Auf der anderen Seite muss ich wirklich sagen, lieber auf der Position auch noch jemanden, der eventuell noch ein bisschen defensiver spielen kann. Ich glaube, er kann theoretisch auch recht der Verteidiger spielen. Da sind wir jetzt zwar auch überall gar nicht schlecht aufgestellt, aber vielleicht werden wir überrascht spielen, auch mal mit drei defensiven Mittelfeldspielern. Also noch ein bisschen, so wie gestern, genau. Also ich denke, da wird sich schon die ein oder andere Situation bieten, wenn du in den drei Wettbewerben weiterspielst. Und dadurch, dass wir jetzt im DFB-Pokal weitergekommen sind, wir werden definitiv gegen, wie heißen sie, Salzburg spielen. Da ist jetzt wieder die Frage, gibt es da auch dieses sinnlose Gentleman's Agreement, dass er da auch nicht eingesetzt werden kann, weil RB-Gruppierung, also total skurril wäre das. Aber es sind natürlich so Punkte, wo ich sage, ja, da macht es vielleicht Sinn, um den Kader an der Stelle auch noch ein bisschen mit zu begleiten. Aber er darf doch spielen. Er ist doch sogar nominiert worden. Er ist nachnominiert. Ja, also dann, du würdest ihn doch jetzt dann da auch nicht nach, obwohl, das geht ja für die komplette K.O.-Runde, oder? Du darfst ja sonst, glaube ich, erst wieder zum Halbfinale oder irgendwas nochmal nachnominieren. Oh Gott, ja, das ist auch wieder so ein komisches Ding. Also gehen wir mal von aus, dass er spielt, dass das jetzt nur für das Leipzig-Spiel war. Also ich sehe ihn auch als Ersatz für Fernandes. Ich war auch so ein bisschen am Hin und Her, weil ich zum einen eben dieses Thema mit diesem laufenden Verfahren, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass die Eintracht vorher mit dem Spieler gesprochen hat, sich das sinnvollerweise vorher angeguckt hat und aus einem guten Glauben und eben aus dieser Unschuldsvermutung heraus, ähm, daran geht. Ich denke trotzdem, dass es fragwürdig ist, eben auch vor dem Thema, ähm, der Außendarstellung in, in Summe, musst du das natürlich auch irgendwie einkalkulieren. Sportlich sehe ich ihn halt wirklich eigentlich nur als Verpflichtung, als Ersatz für Fernandes, wo ich durchaus vermute, ich habe ihn jetzt immer nur in der Zeit bei Leipzig so ein bisschen gesehen, weil man sich Leipzig-Spiele ja per Definition immer nicht so wirklich angucken will, ähm, von daher denke ich schon, dass er das sportlich irgendwie kann. Ich habe ihn halt eben durch diese ganzen Vor-Thematiken, auch damals mit diesem Montagsspiel, was ja jetzt auch schon an 48 Stellen durchgekaut wurde, ähm, für mich so ein bisschen in so eine Schublade gesteckt von den Menschen, die ich nicht so wirklich mag. Ich bin bereit, ihn da jetzt irgendwie wieder rauszuholen oder zumindest die Schublade nochmal aufzumachen. Ich gebe ihm da jetzt aber auch keinen Vertrauensvorsprung. Also irgendwie, er muss jetzt halt auch zeigen, dass diese Verpflichtung da jetzt sinnhaft ist. Ja. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, und das hatte auch gerade irgendwer im Chat geschrieben, ob das nicht auch in der Kombination und mit dem, was wir gestern auch gesehen haben, wir vielleicht auch in Zukunft eher immer so zwischen so drei Systemen so ein bisschen mischen, zwischen einem System mit einer Fünferkette, einem 4-2-3-1 und vielleicht auch diesem 4-3-3, was wir gestern gesehen haben. Und dann brauchst du ja auch mehr Menschen, wie Dennis ja auch gesagt hat, die auf so einer zentralen Mittelfeld, zentral-defensiven Mittelfeldposition spielen können und da dann mehr Masse haben zum Durchrotieren halte ich für sinnvoll. Ich stelle mir aber auch die Frage, wie schlecht muss bitteschön ein Core sein, für den wir einen Haufen Geld bezahlt haben, wenn du dem da jetzt noch einen vor die Nase setzt. Und die grüßt man natürlich auch. Ja, genau. Ihr habt mehrere Punkte angesprochen. Ich würde ganz gerne auf die nochmal ganz kurz eingehen. Ja, ich sehe es auch so, dass natürlich auch ein Core natürlich dann dementsprechend offenbar einfach nicht das Standing hat. Wir haben auch gestern wieder bei seiner Einwechslung gemerkt, der ist maximal okay, aber auch so Abschlüsse oder so ist es eher schwierig. Ich finde den Punkt, den du angesprochen hast mit der Variabilität, dadurch, dass du dann mehr auf dem defensiven Mittelfeldposition hast, ist ein Punkt. Wichtig ist aber auch, und darf man nicht vernachlässigen, dass du sowohl Hinteregger als auch Hütter kennt. Das ist schon ein wichtiger Punkt und ich glaube, die beiden haben ihm gut zugeredet. Vielleicht sollte man auch Vertrauen in die beiden Personen haben, die uns ja auch beide schon viel Gutes gebracht haben bei der Eintracht und auch überzeugt sind, dass er eine Verstärkung für die SGE sein kann. Kann man so sagen. Man muss dazu sagen, es gab ein Statement von längerer Zeit, wo er sich negativ über die Eintracht-Fans geäußert hat. Das hat er ja relativiert auch direkt danach schon und hat auch jetzt bei seiner Ankunft in Frankfurt nochmal klargestellt, dass die Fanszene beziehungsweise auch diese Nordwestkurve einfach eine tolle Sache ist und so weiter und so fort. Man kann dazu stehen, wie man will. Ich finde es gut, dass es gemacht wurde. Man sollte ihm jetzt die Möglichkeit geben, das auch auf dem Platz zu zeigen und muss ja nicht immer Everybody's Darling werden, aber vielleicht kann er die negativen Dinge, die er zu Beginn seiner ich sag mal Frankfurt-Karriere, als er in Frankfurt war, gespielt hat, vielleicht kann er das ja einigermaßen ausräumen. Und nochmal ganz kurz zu dem Spieler selbst, denn er ist ja durchaus keine uninteressante Personalie. Wir, ähm, weißt du manchmal, aber bekommt man gar nicht die Zeit, um mal ein bisschen ausführlicher darüber zu sprechen, aber Ilsanke, Dennis, du weißt es, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gesehen, als er bei Mattersburg gespielt hat. Und Ilsanke war ein Spieler, der sehr, sehr wohl gelitten war in Mattersburg, der auch, da waren viele, da waren viele Mattersburger damals auch stolz, dass, nachdem er bei den Juniors, bei den Red Bull Juniors gespielt hat, da ist er dann auch, wie gesagt, nach Mattersburg gegangen, hat dort zwei Jahre gekickt und ist dort eigentlich zu einem herausragenden, für die österreichische Bundesliga herausragenden Spieler geworden, der sich dann irgendwann auch für die Nationalmannschaft angeboten hat. Also da war er noch nicht in der Nationalmannschaft, aber er ist dann wieder zurück zu Red Bull gewechselt und hat dort richtig gute Leistung gezeigt, was man gar nicht mehr gedacht hätte, weil der Spieler auch davor schon die eine oder andere echt schwierige Verletzung hatte. Also ich glaube, ich müsste nochmal genau nachgucken, aber ich glaube, wenn ich das in Erinnerung hatte, da waren wir damals da in Mattersburg und da hat er schon richtig Scheiße am Schuh gehabt. Ich weiß, gab es mal den Mittel, ich glaube, er hat einen Mittelfußbruch gehabt. Ich glaube, das war das und da konnte er ja auch gerade gar nicht spielen, aber da haben sie trotzdem alle abgefeiert, weil er für die Spiele, die er in Mattersburg gemacht hat, ein richtig guter Kicker war und er hat sich dann weiter und dann ist er sich auch nicht mehr größer verletzt, in Salzburg und wurde zu einem Nationalspieler und man muss ja sagen, das hat auch eine gewisse Qualität und vielleicht kann er die jetzt nochmal auf den Platz bringen und dann ist er für uns doch ein Wert. Ich bleibe trotzdem verhalten skeptisch, weil ich, das haben wir darüber vorhin ja schon gesprochen, mir eigentlich andere Positionen gewünscht habe, aber damit muss ich jetzt klarkommen und ich hoffe nur sehr schnell, dass sich alle Ungereimtheiten um ihn herum möglichst schnell auflösen, damit er vielleicht wirklich so ein Mehrwert für die Eintracht werden kann. Aber ganz kurz nochmal dazu, Marvin, man merkt ja auch, dass das System Hütter sich momentan mehr um die Defensivgestaltung und die Defensivoptimierung gedreht hatte, Punkt, Viererkette, Umstellung etc. Du merkst schon, dass das System, und da muss man Hütter ja schon recht geben, zumindest in den ersten Spielen, dass diese etwas stabilere Defensive den, zwar natürlich nicht den Rechtsaußen oder den neuen Stürmer wettmachen, auf der anderen Seite aber schon dem ganzen System eine gewisse Stabilität bringen. also der Wechsel aus diesem System heraus macht schon irgendwie Sinn, auch wenn es für mich unbefriedigend ist und ich voll mit dir gehe, dass ich sage, ich will aber auch vorne geile Spieler haben, die einfach die Torraumszenen vorne ein bisschen intensivieren. Auf der anderen Seite scheint das Motto zu sein, stehe erst mal stabil hinten, spiele dann sauber raus, gebe den Spielern ein bisschen mehr Platz, verlage das Spiel dann generell ein bisschen mehr in die Offensive und sozusagen erzielt darüber die Tore, dann kommen die Spieler, die du da vorne an Potenzial und an, ja ich nenne es jetzt mal an Spielerkader, im Spielerkader hast, dann auch zu ihren Torschancen und machen ihre Tore. Bis jetzt hat man ja gesehen, es stimmt, ein Chandler zweimal genetzt und so weiter, also es zeigt, diese Stabilität in der Defensive bringt dir schon auch ein bisschen, ja anscheinend mehr Selbstbewusstsein und nach vorne vielleicht auch mal für den einen oder anderen, der sonst im Abwehrverbund steht auch dann ja zu Torschancen zu kommen. Ja. Muss mal schauen, ob es funktioniert, aber bin ich bei dir, finde ich, finde ich doch das ist ein guter Ansatz. Gut, dann geben wir ihm eine Chance und gucken mal, wie sich das spielerisch in den kommenden Runden auswirken wird und vielleicht sehen wir ihn ja sogar schon am Freitag, wenn wir spielen gegen Augsburg zu Hause, immerhin, das heißt, wir haben jetzt keine Reisestrapazen, ist natürlich trotzdem ein schweres Los, du hast am gestrigen Dienstag ein sehr intensives Spiel gegen Leipzig geführt und musst jetzt Freitag da wieder ran, ja, ich weiß, Bundesligaspieler und die müssen in der Lage sein, aber irgendwie so ein bisschen komisch oder so ein bisschen nachteilig könnte es vielleicht dann trotzdem irgendwie sein. Augsburg ist jetzt auch kein, ich weiß nicht, also zumindestens bei mir in meiner Erinnerung und ich habe nochmal so ein bisschen auf die letzten Ergebnisse geguckt, ist Augsburg jetzt auch kein wirklich gern gesehener Gegner, also ich glaube von den vielen Spielen oder von den nicht allzu vielen Spielen, die wir gegen Augsburg gemacht haben, ich glaube 14 auf 15, aber da ist keine allzu große Positivbilanz, und gerade wie wir schon vorhin gesagt haben, in der Konstellation, äh, mit langweiligen Gegnern, die auf spannende Gegner folgen, weiß ich nicht, ob ich da jetzt gerade mit diesem Los so glücklich bin, aber wir müssen es ja jetzt irgendwie nehmen. Was ist denn so eure Erwartungshaltung für den Freitag? Ja, also natürlich kann ich jetzt nur einigermaßen optimistisch sein, ja, ich glaube, du bist doch heute schon den ganzen Tag. Ja, ich glaube, es ist natürlich, es ist wieder ein, wie du hast ja gesagt, ein Scheißgegner, so widerlich so, also nicht Scheiß, weil, ich meine, in der ersten Liga, andere Vereine haben ganz andere Scheiße zu tun, und wir spielen wenigstens, und auch oftmals interessant und so bei der ersten Liga, ich glaube aber, es ist natürlich, du sagst ja vollkommen richtig, Gegner, der uns nicht so wirklich liegt, überhaupt nicht, ja, und, aber andererseits, wir haben von der Hinrunde noch eine Rechnung offen, da waren wir echt nicht schlechter und verlieren den Scheiß Augsburg, und die sind nicht unschlagbar, die haben sich gerade wieder so einigermaßen eingespielt, ja, also sie sind jetzt weg, es gab mal ein zwischenzeitliches Hoch, jetzt läuft es so, naja, naja, haben wir jetzt halt gewonnen gegen Bremen, ja, Bremen auch richtig dick in der Scheiße drin, also das muss man auch sagen, davor haben sie 2-0 gegen Union Berlin verloren, es ist eine gemischte Sache, aber ich vertraue auch hier auf die Stärke der Eintracht und ganz ehrlich, vielleicht ist es genau das Spiel, was ihr vorhin gemeint habt, als ihr gesagt habt, naja, mal auch wieder gewinnen mal so ein Spiel, auch wenn es nicht so ganz so geil ist, also das, ne, wir haben jetzt gegen Düsseldorf gesehen, scheiße, aber ein Punkt, jetzt vielleicht nicht ganz so geil, aber noch drei Punkte, da wäre ich doch mit zufrieden, ne, auf eine Arschbacke das Ding nach Hause fahren. Also in der Hinrunde, wie du ja schon sagst, wir haben noch eine Rechnung offen, haben wir ja dann 2-1 verloren, man muss aber auch dazu sagen, wir haben da echt sehr defensiv gespielt, mein Augsburg hat jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber so richtig offensiv, Feuerwerk haben wir da jetzt auch nicht, äh, aufgefahren, weil wir jetzt so ein bisschen die Energie von gestern mitnehmen und einfach sagen, so komm, scheiß drauf, äh, lass mal laufen, lass mal einfach was versuchen. Ich glaube schon, dass wir den offensiv gut überlegen sind und wir haben ja auch momentan, mit den Vieren da hinten, auch wenn ein Entdecker vielleicht auf links jetzt nicht so die 1a-Optimallösung mal war und vielleicht auch noch nicht ist, aber wir haben eine stabile Abwehr, wenn wir da einfach, wie du schon sagst, mit so ein bisschen, ähm, komm, lass mal machen, rangehen, glaube ich schon, also es ist zumindest offen, das Thema. Ja, Entdecker gestern auch super stark gewesen, um da auch nochmal zu sagen, also gerade diese Viererkette ist, glaube ich, ein Riesentrumpf, den wir da momentan haben, gerade wenn auch, äh, wir haben ja gestern auch ein paar Mal, da müsste man lachen, mit Abrahams Scheren, ähm, ähm, ja, Schlag sozusagen, hat er ja drei, vier Mal ausgepackt, ähm, ist natürlich total Oldschool und manchmal auch etwas befremdlich, trotzdem, es wirkt, es funktioniert, äh, ein Hinteregger, der sich da reinschmeißt und alles gibt, Indica, der wirklich stark und auch Touré, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, der tatsächlich Lust hatte, die Bälle sich zu holen, solange nur ein bisschen von dieser Power da ist, glaube ich tatsächlich, dass wir hinten wirklich stabil stehen, nach vorne dann auch so ein bisschen befreiter aufspielen können und ihr habt es alle schon gesagt, wenn du einmal ins Rollen ein bisschen kommst und dann musst du einfach gucken, bei dem Hinspiel war es halt Mist, ich glaube, da haben wir dann 2-0 zur Halbzeit zurückgelegen, hatten da wirklich dann Probleme ins Spiel zu kommen, musst einfach schauen, ne, dass du einfach jetzt hier die Tore früh machst, das Spiel relativ früh an dich reißt und, ja, einfach diesen Spirit der Fans mitnimmst, den Spirit auch von dem Dienstagsspiel und dann habe ich da schon optimistische Gedanken, dass da was gehen könnte. Die Problematik für mich ist auch an dieser Stelle wieder, wer performt wirklich so, dass er, kann ein Kostic beispielsweise, wieder ein absoluter Matchwinner werden oder wird es diesmal vielleicht doch so sein, dass das Spiel sich, weil eben Augsburg auch nicht so schlecht gespielt hat, ja, die letzten insbesondere, ich glaube, die hatten ja auch am Anfang der Hinrunde Probleme, haben dann aber sich doch gut gefangen, muss man sagen, sind nicht komplette Amateure, das heißt, es kann sein, dass die Kostic dann doch gut zustellen, da müssen aber halt auch mal die anderen liefern, ne, dann musst du, Marvin, genau das, was du gerade gesagt hast, auch nochmal, dann muss halt mal ein dreckiger Freistoß ausgepackt werden, Hinti, der mal wieder ein Tor macht, also bin ich völlig zufrieden, was wir ja auch durchaus können, ich meine, wenn wir jetzt nochmal rückblickend auf das Spiel von Leipzig gestern, der Torwart von denen war ja in den ersten Minuten eher vogelwild und dann packt er ausgerechnet bei diesem sehr geil ausgespielten Freistoß dann bei dem Kopfball von Hinterägger dann aus 30 Zentimetern Distanz, dann so eine Reaktion aus, also gerade diese Standardsituation haben wir ja auch bei den Ecken und so weiter durchaus gezeigt, dass wir da ja nicht so total unfähig sind. So ist es, genau, und das wird, glaube ich, ein probates Mittel sein, um da eventuell am Freitag dann wirklich mit drei Punkten, selbst wenn der Spielverlauf dann nicht so attraktiv ist, hinten stabil stehen, vorne irgendwie ein Tor machen, am besten ja aus dem Standard und nachher dann noch ein Entscheidungstor und das konnten wir jetzt in letzter Zeit ganz gut, dass wir hinten raus noch Tore gemacht haben, deshalb, also bin optimistisch, dass wir da als Sieger vom Platz gehen. An welche Aufstellung glaubt ihr denn da für morgen, äh für morgen, für Freitag? Ich bin schon da zurecht. Die sind schon wieder morgen, die sind nur ein paar Tage frei jetzt hier. Naja, wir haben heute Mittwoch, also übermorgen. Das geht so schnell, das geht so schnell. Da meine Ausstellung, das ist eine gute Frage. Also hinten im Tor, hinten im Tor haben wir natürlich Trapp. Da geh ich mit. Ja, ich würde auch wieder mit der Dika natürlich spielen, also links. Ja, Abraham hat so ein paar kleine Wackle und die Behälter anscheinend auch immer noch drin, man kann schon ehrlich sein, muss schon sagen, so der ein oder andere Wackle ist bei ihm immer wieder drin, du hast eben die Scherenkicks angesprochen, das hat er sich wahrscheinlich vom letzten Kung-Fu-Film oder so mal abgeguckt, ja keine Ahnung, das ist schon ein bisschen abenteuerlich. Das macht er mit der Perfektion zwar, aber trotzdem ein bisschen absurd. Der wird ein bisschen trainiert dann, der wird sich auch denken, immer nur die Leute umrennen, ist irgendwie doof, denn den Nächsten müssen wir irgendwie mit so einer Jean-Claude Verdamm-Manier umlegen oder so. Ja, genau, das heißt, aber ich würde auch Abraham in den Hinterecken logischerweise drin lassen, Touré rechts natürlich dann auch. Das ist halt die Frage, was sich jetzt machen wird, ne? Also wenn du überlegst, was machen wir denn jetzt hier, wenn, ich weiß nicht, defensives Mittelfeld, Rode, oder? Ja, Rode auf jeden Fall, aber ich tue mir halt schwer, soll ich jetzt Soh drin lassen und da Kosta, äh, kann man da meine Güte. Hasebe. Hasebe, ich bin unsicher tatsächlich. Ja, die Frage, die Frage ist ja auch so ein bisschen, zum einen, ähm, Rode ist ja auch, kriegt ja auch immer gerne was auf den Knochen, der hat ja auch gegen Leipzig wieder das ein oder andere Ding da irgendwie einstecken müssen, ob das nicht so ein Kandidat dafür ist, wo man sagt, okay, man muss dem jetzt auch mal irgendwie eine Pause gönnen. Auf der anderen Seite zeigt sich auch einfach dann immer, wenn dann Rode nicht da ist, dann fehlt halt auch gerade irgendwie so ein kreativer Kopf, der irgendwie das Spiel irgendwie antreibt. Also das ist halt auch wieder so ein sehr zweischneidiges Schwert. Also tatsächlich glaube ich, tatsächlich würde ich Rode drin lassen erst mal, ja, du hast, du sprichst genau die richtigen Punkte an. Ich würde auch, ich würde Hasebe tatsächlich nochmal auf die Bank setzen, ähm, auch wenn er ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, ich würde aber, weil es auch ein vermeintlich leichterer Gegner ist, ne, in Anführungsstrichen, darf nicht nicht unterschätzt werden, aber ich würde wieder mit Rode und Soh spielen, ich würde rechts, ähm, Gacinovic und links Kostic und ich würde Silber erneut die Chance geben, ne, und für Hasebe, der jetzt ja noch draußen ist, würde ich einen zweiten Offensiven, äh, reinbringen. Ich will's, ich will's eigentlich mal sehen mit Pasvencia und Silber zusammen. Die beiden, äh, Also du gehst auf zwei Stürmer quasi. Auf zwei Stürmer. Ich würde jetzt in dem konkreten Fall auf zwei Stürmer gehen, die, äh, die Power-Portugiesen, will ich mal zusammen sehen. Okay, weil ich hätte sogar Hasebe auch nochmal rausgenommen, weil, muss ich wirklich sagen, der hat mir jetzt auch nicht hundertprozentig gefallen, hätte ich aber tatsächlich, hätte ich, würde ich gerne mal Il Sanka sehen von Anfang an. Ich denke auch, dass der in so einem Augsburg-Spiel mal zeigen kann, was er kann. Also ich hätte normalerweise für die, für die Hasebe, also Rode, sozusagen Rode und Il Sanka als Doppel-Sechs. Ah, okay. So ein bisschen nach vorne gezogen. Ähm, ja, und dann Gasinovic, Kostic, Silber, denke ich, ist auf jeden Fall auch so gegeben. Pasiencia hat mir wirklich in, in Düsseldorf auch gar nicht gefallen. Gestern, oder hast du richtig gesagt, Marvin? Also der ist schon gut. Ich meine, für die Zeit, die der auf dem Platz hat, der hat ja auch schon, was hat der, zehn Treffer, elf Treffer, ich glaube zehn, also der ist jetzt schon nicht so schlecht. Ja, kann ja auch eingewechselt werden, kein Problem. Ja, das ist natürlich auch, also den kannst du halt auch echt gut einwechseln. Also Marvin würde mit einem 4-4-2, wenn ich das so richtig verstehe, äh, spielen. Dennis, bei dir wäre das eher so ein 4-2-3-1 oder so ein 4-3-3 wie gestern? Nee, 4-2-3-1 eigentlich, ja. Mit Rode und Il Sanka? Genau. Okay. Dann im Endeffekt Garzinovic, So, Kostic und Silva vorne. Aber wie gesagt, ich bin hier auch voll mit Marvins Version. Und so dann auf der 10 quasi? Sozusagen, ja, ein bisschen, ein bisschen hängender noch. Genau, genau, genau. Weil das ist eigentlich eine Position, die er gut bedienen kann, wenn er fit ist. Aber ich bin auch, wie gesagt, also ich bin auch mit Marvins Version zufrieden, weil die Tore und Dings, wir müssen nur stabil hinten stehen und vorne ja ein paar reingaukeln und dann passt das schon. Also irgendwann würde ich ja gerne mal so eine Wunsch, meine Wundaufstellung wäre ja irgendwann gerne mal mit einem Mittelfeld bestehen aus Kostic, Kamada und Garzinovic und davor Silver und alles, was dahinter ist, ist mir eigentlich relativ egal. Das würde ich gerne mal sehen. Ich glaube aber ganz ernsthaft, dass wir am Freitag wieder mit einem sehr, sehr ähnlichen 4-3-3 wie gestern auflaufen und nur an einer Stelle tauschen und zwar Hasebe auf die Bank und dafür tatsächlich Ilsanca auf den Platz sehen werden. Ah, okay. Okay. Klar. Was gerade gegen Augsburg, wir hatten ja gerade eben darüber gesprochen, ob nicht gegen so Spieler, die oder Mannschaften, die tendenziell eher hinten drin stehen, sondern zwei Stürmer-Systemen sinnvoller wäre, ich habe nur irgendwie die Befürchtung, dass wir weiterhin mit einem Einstürmer-System da auch am Freitag auflaufen werden, was nicht einfacher wird, weil Augsburg jetzt nicht wie Leipzig so viel in der Offensive unterwegs sein wird, dass wir da viel Platz haben, aber ich glaube, das ist das Wahrscheinlichste, aber mit Sicherheit. Sind denn eigentlich alle fit, die wir jetzt hier genannt haben oder ist noch jemand angeschlagen? Ich habe es heute gar nicht so wirklich verfolgen können. Rode war ja eher wunderbar. Marvin, wir haben ja schon darüber gesprochen gehabt gestern im Stadion, es wirkt ja eher so, als wäre er ein extremer Fuchs und würde einfach ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Ja, das war mega. Also ich glaube, der dürfte wieder fit sein. Also ich habe das natürlich nur im Stadion gesehen, aber so wie es mir schien, hat er sehr taktisch klug agiert und hat gewusst, dass er jetzt bald ausgewechselt wird und hat da noch konkret und richtig ein bisschen Zeit von der Uhr genommen. Das ist meine Vermutung. Er ist halt auch einfach sauklever, der Kerl. Da ist ein Rode ist ein unglaublich smarter, intelligenter Fußballer, bei dem wir echt froh sein können, dass er in der Winterpause ja damals schon, das war ein guter Transfer im letzten Jahr, zu Eintracht gekommen ist und auch über die Sommer hinaus bei uns geblieben ist. Dann merkst du, es gibt eine Leistungsverschiebung nach oben, wenn er spielt. Insofern, geile Kiste, er ist auch gestern wieder mitverantwortlich dafür gewesen, dass er erfolgreich war. Also insofern freue ich mich natürlich sehr. Was ist denn euer Ergebnistipp für den Freitag? Tatsächlich glaube ich einfach 2-0 für die Eintracht. 2-0. Dennis? Gehe ich mit 2-0. Ach komm, machen wir auch 2-0. Ihr habt mich mit eurer optimistischen Art angesteckt. Sehr gut. Gut. Ja, dann sind wir mal gespannt, was Freitag so passiert im Stadion und wie das Spiel am Ende ausgehen wird. Spontane Frage, weil wir es im Vorfeld nicht geklärt haben. Haben wir einen ehemaligen Spieler zum Erraten? Oh ne, ich habe jetzt tatsächlich keinen vorbereitet. Ich auch nicht, weil keine Zeit. Ja, gib mir mal 5 Minuten, dann überlege ich mir was. Wenn wir erst heute vor 20 Jahren machen. Dann lassen wir erst heute vor 20 Jahren machen und bis dahin hat Marvin vielleicht einen Spieler. Dann gucken wir erst mal auf die Saison 99-2000. sind. Liebe Zuschauer Alexander Schurk. Jetzt ist Schluss. Heidracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga. Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Irrenhaus. Und wir müssen sogar zwei Spieltage diesmal besprechen, weil letzte Woche durch die Sonderkonstellation das nicht zum Tragen kam. Und zwar fangen wir jetzt mal an mit dem 19. Spieltag der Saison 99-2000. Ich sollte langsamer reden. Wir haben damals gespielt, auch unter der Woche, an einem Mittwoch gegen den SC Freiburg. Und Dennis weiß doch ganz bestimmt, wie das Spiel ausgegangen ist. Oh ja, ein unglaubliches, wundervolles 2 zu 0 für die Eintracht. Genau, eine Eintracht, die ja damals so ein bisschen auch auf Abstiegskurs zum damaligen Zeitpunkt war. Und wir haben dann 2 zu 0 gegen Freiburg geführt mit dem neuen Trainer Felix Magath, der ja kurz nach Weihnachten und ich glaube sogar noch zweiten Weihnachtsfeiertag damals das Ruder in die Hand genommen hat und maßgeblich an dem Spieltag beteiligt waren, einmal der Herr Held, der nämlich für beide Tore die Vorlagen gegeben hat, aber auch ein Sobocik, der wieder zurückkam und auf der von uns heute auch schon oft beklagten Rechtsaußenposition unterwegs war und das 1-0 tatsächlich gemacht hat in der 32. Minute und das 2-0 dann in der 82. Minute von Mutzel zu dem damaligen Zeitpunkt war Freiburg bereits in Unterzahl, da ist nämlich ein Spieler kurz vor der Pause wegen Notbremse mit Rot vom Feld gegangen. Und damit haben wir es doch tatsächlich dann an dem Spieltag geschafft, so ein bisschen diesen Abwärtstrend zu stoppen. Wir haben übrigens gespielt mit folgender Aufstellung im Tor damals nicht Nikolov in dem Spiel sondern Heinen mit der Dreierkette bestehend aus Kutschera, Hubschew und Gracht, davor Schur, auf rechts Sobocic, auf links Marco Gebhardt in der Mitte offensiv Held und Rasiewski und vorne Reichenberger und Salou. Wow, krass, okay, huu, Reichenberger, wow, das musst du ja mal überlegen. Genau, wir haben auch dreimal gewechselt, in der 63. durfte Reichenberger wieder raus und wurde ersetzt durch Chen Yang, in der 76. ist Gebhardt ausgewechselt worden, dafür kam dann Mutzel rein, der ja dann das 2-0 gemacht hat und in der 86. ist Held ausgewechselt worden und wurde ersetzt durch Goumier. Genau, und zur Vollständigkeit halber noch Freiburg, damals mit dem Trainer Volker Finke. Oha. Genau, im Tor Golds, davor Diera und Condé, als Libero davor Hermel, auf links Kobiaschwili, den man ja auch noch kennt, auf rechts Willi, in der Mitte Ramdane, Weishaupt und Zaya und vorne Ben Slimane und Iashvili. So. Ist ja schon crazy, dass er bei Horst Held Spieler des Tages war, oder Spieler des Spiels. Ja gut, er hat halt zwei Vorlagen gemacht. Ah ja, trotzdem verrückt, trotzdem verrückt. Ja gut, aber wenn du zwei Vorlagen machst, dann kannst auch mal Spieler des Ja, kann man auch mal Spieler des Spiels werden, ja. Das stimmt. Ja, also es kann schon schlechter werden. So, und dann haben wir noch den zwanzigsten Spieltag und da haben wir gespielt gegen wen? Wisst ihr es? Wisst ihr es? Wisst ihr es? Ich weiß es tatsächlich, weil die Seite hier offen ist, aber sonst hätte ich es nicht gewusst. Wir haben gespielt gegen den MSV Duisburg an einem Samstag. Wisst ihr, wer damals Trainer des MSV Duisburg war? Hätte ich so auch nicht gewusst, nein. Friedhelm Funkel. Oh, Funkel geil. Funkel war damals Trainer der Zebras aus Duisburg und das Spiel ging am Ende 2 zu 3 für uns aus und auch mit dezimierten Mannschaften, weil beide Mannschaften einmal in der 39. Minute ist bei uns mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Ich hatte es doch hier gerade eben Alex Schur. Genau, und in der 43. dann Emmerling auf Seiten von Duisburg. Ist aber auch geil, in der 39. und 43. jeweils mit Gelb-Rot ist echt auch mal eine Leistung. Kannst du auch machen. Genau, die Tore schossen auch hier wieder Sobozik, diesmal nach Vorlage von Gebhardt in der 19. Minute. In der 26. wieder Sobozik, wieder nach Vorlage von Gebhardt. Dann schießt Duisburg den Anschlusstreffer in der 45. also so ganz knapp vor der Pause. Dann legen wir in der 90. noch mal eins drauf. Gebhardt trifft nach Vorlage von Reichenberger. und direkt danach fällt der Anschlusstreffer wieder von Reis nach einer Vorlage von Heito. Also da war alles drin, aber immerhin auch da den Abwärtstrend weiterhin gestoppt. Wir haben wieder gespielt. Völlig verdient. Marco Gebhardt den Spieler des Spiels mit zwei Vorlagen im eigenen Tor. Das ist enorm geil. Das ist mehr als nachvollziehbar. Genau. Wir haben mit folgender Aufstellung gespielt. Wieder Heinen im Tor, wieder die Dreierkette, Kracht, Hubschiff, Kutschera, davor diesmal Weber und Schur, auf links Gebhardt, auf rechts der Bortsäge, Held in der zentraloffensiven Position und vorne Reichenberger und Salou und diesmal ist Reichenberger auch nicht ausgewechselt worden, sondern dürfte durchspielen. Dieser Reichenberger, ich habe den nie als guten Spieler gefunden. Das ist interessant, das so oft spielt, aber ich habe das tatsächlich komplett, ich habe das komplett verdrängt. Das ist ja unfassbar. Wenn dir das aber auch anguckt, die Eintracht hat 3-2 gewonnen, aber die Kickernoten sind eigentlich durchgehend relativ beschissen. Ja, obwohl es geht. Ich meine, so ewig lange war er jetzt ja auch nicht bei der Eintracht. Er sah so komisch unterbaut aus. Ich habe ihn tatsächlich auch eher im Kopf aufgrund seiner Zeit beim SVW, als er SVW noch SVW noch SVW in Wiesbaden hieß, deswegen umso absurder, aber naja, man muss schon sagen, immerhin hat er eine einigermaßen akzeptable Bundesliga-Karriere hingelegt. Also er hat ja in der Laufzeit, wo er bei der Eintracht war und er war da vom 01.01.2000 bis zum 31.12.2001, also einmal im Winter gekommen und dann auch im Winter wieder gegangen, hat er immerhin 47 Spiele für die Eintracht gemacht. Ja, das ist schon mal so. Das ist jetzt nicht so wenig. Nee, auf gar keinen Fall. Ja, also von daher. Wo ist er dann hingegangen eigentlich? Wohin Osten, Es war gerade eben schon weiter. NRG Cottbus, ja, er kam von Leverkusen ging zu NRG Cottbus, dann KFC Uerdingen und am Ende dann bis 2013 beim VfL Osnabrück. War aber auch ein paar Jährchen. Da war er auch ein paar Jährchen und hat auch fast 200 Spiele für den VfL Osnabrück gemacht. Also von daher kann man schon mal machen. Das bringt uns am Ende des 20. Spieltages der Saison 99.2000, das muss ich einmal zurückblättern auf die Tabelle auf Platz 16, korrekt, mit 17 Punkten. Schlechter nur noch Duisburg mit 16 Punkten auf Platz 17 und Arminia Bielefeld mit 11 Punkten auf Platz 18. Wir haben nach dem 20. Spieltag 5 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz, der belegt wird durch Hansa Rostock und am anderen Ende der Tabelle ist einmal der FC Bayern vorne mit 43 Punkten, Leverkusen auf Platz 2 mit 40 und dahinter kommen der HSV und Werder Bremen und 5 und 6 sind sogar fast noch spannender Platz 5 TSV 1860 mit 32 Punkten und auf Platz 6 nach dem 20. Spieltag der 1. FC Kaiser Lauter. Unglaublich, ja. Vor Dortmund ein Punkt. Genau, die haben sich knapp vorbeigeschoben, weil Lautern gegen Bielefeld 2-1 gewonnen hat und Dortmund gegen Ulm nur 1-1 gespielt hat. Mann, Mann, Mann. Da war noch Zunder drin. Ja, aber es ist natürlich eigentlich die Tabelle, wenn du wieder dran wärst an Rostock, dann wird es wirklich eng. Wenn du hier anschaust, bis Platz 12 wären es dann tatsächlich ja auch in Anführungszeichen nur 6 Punkte. Ist aber natürlich schwierig. Also jetzt hast du ja zumindest mal 2 Spiele in Folge gewonnen. Ist natürlich immer spannend, ob diese ganze Serie auch anhält. Genau, das wird sich dann zeigen am 21. Spieltag, den wir nächste Woche besprechen werden und kleiner Ausblick. Am 21. Spieltag musste die Eintracht dran zu Hause immerhin gegen den TSV 1860 München damals eben Aspirant auf die internationalen Plätze. Das wird spannend. So, Marvin, hast du einen Spieler rausgesucht? Dann hauen wir jetzt hier den Jingle ab und dann schauen wir mal, ob wir ihn erraten können. Du musst erst mal die Zeitleitung einschalten. Was macht eigentlich Ja, was macht eigentlich Was macht eigentlich der, du du weißt schon, wen ich meine? Mir fällt einfach gerade sein Name nicht mehr ein. Mir ist ja immer noch ein bisschen peinlich, dass ich bei Bastis Aufführung anhand von der Schilderung des Tores nicht erkannt habe, dass es um Marco Gepphardt geht. Deswegen sage ich an dieser Stelle einfach prophylaktisch Marco Gepphardt schon mal. Knapp dran. Knapp dran. Ja, es hat nicht ganz so geklappt tatsächlich, aber ihr könnt weiterraten und zwar ich sage euch, wann dieser Spieler zur Eintracht gekommen ist. Ich glaube, das wäre ein guter Start im Endeffekt und zwar Ende der Saison 2004, 2005. Hat auch nur ein Jahr bei der Frankfurter Eintracht gespielt. Immerhin insgesamt 32 Spiele gemacht, also war eine Stammkraft. Vier Tore, vielleicht auf seiner Position etwas, wie soll ich sagen, ungewöhnlich, im positiven Sinne tatsächlich. 2004, 2005, 32 Spiele und immerhin vier Tore. Auf jeden Fall. Es ist ein Spieler, der davor bei 1860 gespielt hat. unter anderem, das war seine letzte Station, bevor er zu Eintracht gegangen ist, hat auch danach wieder bei 1860 gespielt. Dafür war ein ordentlicher, solider Spieler, der vor seiner Karriere bei 1860 auch in Leverkusen gespielt hat, in Freiburg. Der einzige, der mir da spontan einfällt, ist Aigner, aber der war doch länger da. Nee, genau. Da hätte auch zu viele Tore, also ich glaube, er hat auch mehr Tore gemacht. Ja, genau. Ist Abwehrspieler, ja? Ja, Abwehrspieler ist richtig, vollkommen richtig und kommt ursprünglich aus Kiel. Ein Spieler, der heute noch in Erscheinung tritt, wenn auch nicht als Spieler. Heute noch in Erscheinung tritt? Warte mal, lass mir überlegen. Keller vielleicht? Nein. Der war auch länger. Wen haben wir da noch gehabt? Wer hat denn da noch gespielt? Ox, aber der ist ja auch Leverkusen zu Wolfsburg. Marvin, ich bin leider überfragt. Wer war denn 2004, 2005? Das ist aber auch ein bisschen lau bei mir. Also ich sehe gerade im Chat hier noch zwei Schätzungen, die ich da mal gerade noch einwerfen kann. Der Alex schreibt Weißenberger oder Hoffmann? Hoffmann? Ja. Ich kann noch weitermachen oder ich kann es auch lösen tatsächlich. Ich sage noch mal weiter, er ist danach nach dem einen Jahr 1860 zu Unterharing gegangen und nach dem einen Jahr nach München gegangen, hat dort fünf Jahre gespielt bis 2010, ist noch mal ein Jahr nach Unterharing gegangen und hat dann seine Karriere beendet und ja, ich kann auch lösen, wenn ihr wollt. Also zurück zu 1860 und dann noch 1860 München sind das gleiche. Achso, das meine ich. Es ist 1860 München gegangen, dann nach Unterharing und da hat er seine Karriere beendet. Ich komme nicht drauf, sorry. Der Name wurde schon genannt, das ist Torben Hoffmann. Also es ist Torben Hoffmann. Okay. Ja, es ist Torben Hoffmann. Und wie gesagt, den sieht man ja heute meistens bei Sky irgendwie als Reporter. Und auch bei Twitter glaube ich aktiv, folge ich natürlich nicht, weil ich glaube, der schreibt nur meinen Caps-Log, so wie er moderiert tatsächlich, ist es mir so anstrengend. Aber ist ein Spieler, der bei der Eintracht gespielt hat und ein absoluter Stammspieler war. Also das ist echt jemand. 31 Spiele, vier Tore. Der war ein Jahr da, oder was? Ja, von 2004 kommers 2005 direkt wieder abgedüst. Okay. aber halt nicht, weil es schlecht lief oder so, sondern viele Spiele gemacht. Also da war ja auch ein paar Pokalspieler und so mit dabei. Ja, ein paar Pokalspieler mit dabei. Also war kein schlechter Spieler, muss man sagen. Wir sind irgendwie Tabellenelfter geworden in dem Jahr. Ich weiß es gar nicht, ich glaube, ich glaube, wir sind elfter, ich muss mal gucken. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob wir damals 2000, aber es war eine Saison, in der wir einige akzeptable Spieler ja tatsächlich hatten. Ich will gerade mal gucken, weil da war noch, wäre mir gar nicht mehr eingefallen, das ist Chris, der noch bei uns gespielt hat zu der Zeit. Aber der war ja nebenbei 1860. Nee, nee, ich meine ja im Sinne von, um jetzt mal den Kader, wen er da auch im Endeffekt als Konkurrenz dann gerade hatte. Markus Husterer, Jens Keller, Patrick Ochs. Markus Husterer, naja. Pulitz, Reinhard, Russ natürlich, Wasowski und Wiedener. Das war so die Abwehrriege, die da war. Ich bin so dumm, wisst ihr was? Ich habe es ganz vergessen. War das nicht sogar das hier? Ja, ich muss jetzt mal nachgucken. Ich glaube sogar, dass es das Jahr war, in dem wir in der zweiten Liga... Ja, wir sind abgestiegen, genauso wie 1860 auch. Wir sind beide runtergegangen. Wir sind beide runtergegangen, genau. Und das war genau, das war das Jahr, dann sind wir nämlich als Dritter wieder aufgestiegen. Genau. Genau, das müsste das... Könnt ihr mal nachgucken, ob das stimmt. Ich bin nicht 100%ig. Also wir sind auf jeden Fall abgestiegen. Am Ende der Saison auch wieder aufgestiegen. Ich weiß das gerade auswendig nicht, ob als Dritter tatsächlich... Ich glaube tatsächlich als Dritter. Ich würde es behaupten. Aber gut. Das ist aber interessant gewesen. Saison 2004-2005. Jetzt gucke ich natürlich... Ich bin doch auch ein Dös-Buttle. Jetzt habe ich natürlich bei der ersten Liga geguckt. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Leider nicht. Wir wollen Zweite Liga der Saison 2004-2005. Das ist ungewohnt, in die Zweite Liga zu gucken. Ja, war es natürlich wie immer recht, Marvin. Wir sind als Dritter aufgestiegen mit 61 Punkten. Tabellen Vierter wurde 1860 München mit 57 Punkten. Spannend eigentlich, wenn du dir überlegst, dass er dann wieder dahin zurückgewechselt ist. Mit aufgestiegen sind übrigens damals Duisburg und Köln. Interessante Kiste tatsächlich. Ich war trotzdem für mich ein Innenverteidiger. Dann sind wir ja sogar schon regelmäßig, richtig regelmäßig ins Stadion gegangen. Ja, sind wir. Und wer da damals, glaube ich, in der Zweiten Liga aber nicht für, sondern gegen uns gespielt hat, ich glaube, das ist der Francisco Copado. Ist der nicht danach dann zu uns gekommen? Der ist auf jeden Fall dann zu uns gekommen. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es danach war. Ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher. Oder ob es viel... Boah, ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, der ist direkt danach zu uns gekommen. Weil wir nämlich dann gedacht haben, boah, geile Kiste, dieser Copado, ey. Ja, ja, der ist auf jeden Fall 2-5, 2-6 ist der zu uns gekommen. Ist das so? Ja, ich bin mir nicht sicher. Genau, okay. Ah, geil. Ich schaue mal. Ja. Ja, ja. Ist so. Siehst du? Also da haben wir echt Leute aus dieser Saison mitgenommen. Spitze, ja. Interessant aber tatsächlich, dass Torben Hoffmann dann wieder zurück in die Zweite Liga gewechselt ist. Ja, eigentlich irgendwie absurd. Ja. Wirklich verrückt eigentlich, ja. Aber gut. Ich habe so einige dunkle Erinnerungen an diese Zweitliga-Zeit, nachdem ich erst... Ich habe vorhin irgendwie erst gedacht, wir wären in der ersten Liga gewesen, aber das habe ich verwechselt. Aber genau, wir waren in der Zweite Liga. Weil ich habe das dann gesehen, als ich selber jetzt mal nach dem Kader geguckt habe. Und so gut war der halt auch jetzt nicht. Ich meine, es war ein typischer Zweitliga-Kader, wo du ein paar ganz gute Spiele hattest. Also ich meine, mit Nikolov oft, also auch Pröll gehabt, schon stabil, hast du einen älteren Keller gehabt, aber gleichzeitig so im Mittelfeld. Naja, auch Ox, hast du junge Leute auch gehabt. Ox, der kam ja dann in der Saison. Jermaine Jones, klar, Schuhe, klar, auch logisch. Aber Lexa, Kühler, Mayer. Muscher ist da auch noch rumgeschwänzelt. Also unterhalb des Sturms ist halt krass gewesen. Ari van Lenten. Jungen Mayer, dann Ari van Lenten noch gehabt. Und naja, über Frommach, naja, wie auch immer. War das aber 2004 nicht der Scheiß mit Reimann auch gewesen? Das waren wir noch vorher. Das waren dann nicht 2-5, 2-4, war das, wann war denn das eigentlich? Das war die Saison 2-3, 2-4, ne? Was? Wo doch Reimann diese Strafe bekommen hat, weil er doch jemanden umgeschubst hat oder war das nicht so ein Dortmund-Spiel oder sowas? Der Trainer? Willi Reimann, das müsste doch da gewesen sein. Da hat er doch ewig auf der Bank gesessen oder musste in diesem Container oben? Der musste in diesem Container, ja, ja. Das müsste eigentlich... Naja, gut. Aber, also wie gesagt, der Spieler, den wir suchen, ist Torben Hoffmann. Dankeschön. Dankeschön, Marvin. Okay. Jetzt will ich aber trotzdem noch wissen, wann diese Reimann-Thematik war. Ich meine, nämlich danach haben wir doch dann Funkel bekommen als Trainer ewig, 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 ewig. 2-4 war Funkel, ja, ja. Das müsste demnach dann nach vorne davor gewesen sein. Ja, ja. Das war dann wahrscheinlich 2-3, 2-4 die Saison. Ich meine nämlich, dass das dann am Ende doch da, da haben doch viele dann auch gesagt, ah, was hatte das doch für eine Auswirkung, dass der dann für 6, 7 Spiele gespielt war. Der war 2-2 bis 2-4, das müsste in der Saison 2-3, 2-4 gewesen sein, ja. Ne? Das war auch echt krass. Naja. Der Reimann konnte... Kommen jetzt doch einige Erinnerungen zurück. Ja. Ja, ja. Aber halt zweite Liga, ne? Willst du nicht nochmal? Nein. Willst du nicht nochmal? Gut, dann biegen wir so langsam auf die Zielgerade ein und müssen noch sprechen über Empfehlungen. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Habt ihr denn Empfehlungen? Ich habe schon eine in unser Dokument geschrieben und der Jan hatte gerade eben noch eine im Chat, die habe ich jetzt auch gerade eben noch nachgedeckt, sonst würde ich die beiden erstmal machen. Mach ruhig, mach ruhig erstmal die beiden. Also der Jan empfiehlt das Buch aufgrund der aktuellen Vorkommnisse Ostdeutschland verstehen. Er sagt, da wäre er durch den Marvin draufgekommen. Ja, geiles Buch. Ist absolut herausragend. Ist von Gesellmann. Der meint das Buch. Gesellmann, genau. Ja, genau, super. Genau, das empfiehlt er aufgrund der Thematik mit Thüringen gerade und ich empfehle... Ja, aber lass mal ganz kurz mal dazu bleiben. Das finde ich nämlich ein ganz guter Punkt. Erstmal Grüße an alle stabilen Adler aus Thüringen. Ihr habt momentan keine leichte Zeit, aber wir sind bei euch. Nee, das muss man tatsächlich auch mal sagen, weil es gibt so viele coole und anständige und liebe Leute aus Thüringen. Da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen, der bei uns hier diesen Podcast hört. Also Grüße an dieser Stelle. Es ist echt momentan keine leichte Zeit, wenn wir uns das angucken. Ist da jetzt auch schon wieder passiert. Da zittert, also da weiß ich, keine Ahnung, da knirschen meine Zähne tatsächlich. Umso besser, dass es euch gibt und verliert da drüben jetzt auch echt nicht die Hoffnung. Deswegen. Aber es ist gut. Das Buch ist sehr, sehr relevant, genau um auch auch Sentimentalitäten und auch wirklich ein Gefühl für den Osten Deutschlands zu bekommen, weil mir gefällt immer wieder auf, dass es auch oft der Fall ist, dass immer diese Ost-West-Realität immer noch vorherrscht. Wobei ich denke, das ist doch scheißegal. Also wir sind alle in Deutschland, sind wir alle in Deutschland. Ob der eine ist aus Erfurt oder aus Frankfurt kommt, ist doch fuck egal. So, weißt du? Und das zeigt aber auch, was auch so historisch so ein bisschen falsch gelaufen ist. Und Gesellmann ist echt ein super, super Journalist und auch Redaktor-Schreiber. Deswegen kann ich das Buch echt nur empfehlen. Marvin, ganz kurz, was kann ich mir darunter vorstellen? Was wird da sozusagen erklärt? Oder wie ist der Ansatz so von dem Buch? Kannst du da nochmal kurz einen Einblick geben, wie sich Gesellmann da mit dieser Problematik auseinandersetzt und wie er versucht sozusagen dem Leser Ostdeutschland verstehen? Klingt ja so, als wollte er uns Ostdeutschland etwas näher bringen oder jedem Leser, der, oder ist das eher als Parodie in Anführungszeichen der Namen zu verstehen? Nee, nee, es ist keine. Nee, nee, es ist also auf gar keinen Fall, ist auf gar keinen Fall eine Parodie. Es zeigt eher nur, dass eine Frage beispielsweise, wenn immer wieder gekommen ist, ja, wann wird der Osten endlich anders oder so, keine Ahnung, wann wachen die auf oder so, ne? Auch eine falsche Fragestellung ist, weil das dann immer aus westlicher Perspektive passiert. Ja. Und auch ein bisschen die Frage wieder kommen sollte, was hat dann, was ist denn in der Verständigung zwischen Ost und West auch von beiden Seiten, aber auch vom Westen eigentlich falsch gelaufen, ne? Und, und das soll so ein bisschen die Einblicke geben, ne? Und wir dürfen auch nicht vernachlässigen, was noch dazu kommt, ist, dass er auch die Thematik abbildet, dass zum Beispiel sehr viele Leute und sehr viele, die sich engagieren wollten oder die irgendwie in Anführungsstrichen was werden wollten, vom Osten in den Westen gezogen sind, ne? Das hat auch strukturelle Probleme mit sich gezogen. Auch das wurde mal ein bisschen deutlicher, ne? Weil man, also ich meine, das macht jetzt ein großes Thema auf, aber die Frage natürlich, okay, wie können hier Strukturen entstehen beispielsweise des Rechtsextremismus, ne? Das hängt auch damit zusammen, dass viele, die sich eher anders sehen, auch einfach weggegangen sind und im Westen ihr Glück gesucht haben, ne? Und es auch viele aus Stellen offengelassen hat, weißt du? Also das zeigt, es ist im Endeffekt, ähm, es zeigt mehr, dass die Probleme tiefer gehen und wo sie irgendwo liegen, gerade die Nachwendezeit und dass aber teilweise auch vieles nicht so richtig gut gelaufen ist, ähm, von westlicher Seite. Okay, sehr gut, interessant. Also es geht einfach darum, deswegen, es geht Ostdeutschland besser zu verstehen halt, ne? Und das soll kein, das soll auch nicht irgendwie, so eine Schutzbehauptung oder so, aber ich kann es selbst empfehlen, ich bin da auch selbst, glaube ich, erst zu drei Vierteln durch, aber, ähm, von dem, was ich jetzt schon gelesen habe, kann ich echt nur sagen, mach das mal, äh, Gesellmann schreibt ja auch bei den Krautreportern und das schon, ja, schon lange und auch, wie soll ich sagen, es ist nicht, also normalerweise würde ich sagen, er ist kein auffälliger Autor, also der haut nicht wie andere Leute immer auf die Kacke, ne? Sondern der lässt seine Qualität sprechen, ne? Und das ist halt, das finde ich halt schon tatsächlich ziemlich gut, ne? Und, ja, und er hat einen guten Schreibstil, das gefällt mir ganz gut und, ja, ich glaube, ne? Wie gesagt, so Themen wie die Treuhand und so weiter und so fort, das wird alles abgehandelt, wie gesagt, was ich euch jetzt gesagt habe, ist nur ein kleiner Punkt von dem. Prima, okay, danke. Sehr gut, der Alex hat mittlerweile im Chat noch eine Empfehlung nachgereicht, die ich anscheinend weiter oben übersehen hatte und zwar geht es da um eine 30-minütige Doku über Dennis Eitikin in der Sportschau, die soll wohl sehr sehenswert sein, ich habe sie selbst noch nicht gesehen, aber ich vertraue da jetzt mal drauf. Okay. Und ich selbst habe noch eine Empfehlung und zwar für einen Podcast, den ich die Woche gehört habe und zwar von den Kollegen von Polykick und spätestens jetzt wird Marvin wahrscheinlich wissen, worum es geht und zwar haben die eine Folge die Woche aufgenommen zur Verpflichtung von Daniel Frahn bei Babelsberg und da ist die Anna Aka Rosalaut zu Gast, die ja hier auch schon war und die sagt da viele kluge Dinge, wie so oft und das sind sehr hörenswerte 30 Minuten, wer da nochmal so ein bisschen ja Einblick braucht oder vielleicht auch so ein bisschen Meinung hören will, ist das gut gehörte 30 Minuten. Super, auf jeden Fall kann ich euch empfehlen, schön, dass die Empfehlung kommt. Gefällt mir. Ich habe noch eine weitere Empfehlung, ja, mache ich immer ganz gern, aber ich weiß, dass uns auch der eine oder andere Wrestling-Fan hier zuhört und und ich bin sehr stolz, wirklich, also bin ich ja selten, aber wirklich sehr stolz und freue mich, dass wir eine richtig geile Ring-Fuchs-Ausgabe rausgehauen haben und zwar mit dem, einer der Besitzer beziehungsweise einer der COOs, um es auch mal auf Englisch auszudrücken, der WXW, also Deutschlands größter Wrestling-Organisation und der steht uns knapp zwei Stunden Rede und Antwort über, also Tassilo Jung, wir reden über sehr viele aktuelle Entwicklungen von einzelnen Wrestlern, wir gehen auch ein bisschen, natürlich gehen wir auch tiefer in die Thematik, behandeln, aber gleichzeitig auch, wie es ist für ihn, aktuelle WWE-Restler zu sehen, die früher in der WXW war, was ist so ein Gefühl für ihn, weil er so viele Wege auch begleitet hat, ne, das ist, also ich bin sehr, sehr stolz darüber und es hat sich viel getan in der letzten Zeit und wer interessiert ist und sich mit dem europäischen Wrestling auch ein bisschen auseinandersetzt, solltet auf jeden Fall mal reinhören oder selbst, wenn er es nicht tut, für Fragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung. Sehr gut, Marvin, okay, gut. Hauen wir doch sofort in unsere Shownotes, das ist auf jeden Fall ein Link wert und wer da Interesse hat, wird sie wahrscheinlich schon gehört haben und falls ihr dann noch nicht dabei seid, ist das glaube ich etwas, was ihr euch auf jeden Fall mal reinhören könnt, wenn ihr euch mit dem Thema Wrestling beschäftigt, ich habe sie auch noch in meinem Podcatcher, ich hänge ein bisschen hinterher, wie bei so vielem. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dennis, hast du noch was? Nein, ich bin heute komplett raus, ich habe nichts erlebt, ich bin leider ohne Empfehlungen ausgestattet. Möchtest du mal wieder einen Öko-Tipp beisteuern? Oh, einen Öko-Tipp, so auf die Schnelle. Ich bereite mal was für die nächste Woche vor. Gut, dann haben wir hiermit dann auch schon die Spannungskurve für nächste Woche eröffnet. Dennis bereitet einen Öko-Tipp vor. Wir werden hoffentlich sprechen über viele Tore, die Eintracht-Spieler gegen Augsburg geschossen haben. Ich habe gerade eben mit so einem halben Auge gesehen, da ist noch irgendein Artikel auf Kicker jetzt veröffentlicht worden, wo sich Möller äußert. Den würde ich gerne erst lesen, deswegen würde ich auch sagen, schieben wir den auch mal in die nächste Woche. Wer weiß, was da sonst noch so alles rundherum passiert. Und damit würde ich sagen, machen wir jetzt hier den Sack zu. Ich sage danke, Marvin, danke, Dennis, für wieder über anderthalb Stunden wundervollen feinen Podcast, die wir jetzt hier abgeliefert haben. Wir wünschen allen, die am Freitag im Stadion sind, eine große Sause mit vielen Toren und einer geilen Stimmung und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.